Ich habe Dinge rausgefunden. Ich weiß nicht, ob ich das schon geteilt habe. Ich gehe mal nicht davon aus. Auf jeden Fall habe ich mal in die Videos geguckt und wir haben die Wiederbeschaffung anscheinend gemacht. Die Quests. Nicht wundern, ich bin ein bisschen off-steam durch die Gegend gerannt und habe ein paar Dinge gecheckt. Wir müssen nämlich jetzt erstmal eine Sache übernehmen. Der ist immer gerade in der Winterfesten Akademie. Wir haben die Wiederbeschaffung erfolgreich abgeschlossen. On Stream. Schon vor langem. Also glaube ich zumindest, dass es vor relativ langer Zeit schon war. Damit haben wir die Quest schon. Die wurde aber anscheinend nicht so angerechnet. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine lieben Quest ist. Wir waren auch schon bei Iskamos Grab und ich war auch nochmal in Iskamos Grab drin. Und da finden wir auch Wundfrat, also die Axt. Oder Wundfrat oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Es spielt keine Rolle gerade. Also wir sind, was das angeht, haben wir die Wiederbeschaffung bei den Gefährten gemacht. Heißt das für nur drei Quests. Nicht sehr gerne den Himmelsrand. Einheitsgebot. Und den Drachensucher. Und die wir alle drei random bekommen. Bei den Auftraggebern. Danach werden wir uns heute richten. Wir sind gerade in der Akademie von Winterfeste, weil ich vergessen hatte, dass es mir während dem Nachgucken, während dem Durchsuchen für die Gefährtenquests, in den VODs aufgefallen, mein allererstes Zimmer, wo wir Gegenstände sicher verstauen konnten, ohne dass sie die spawnen, war in der Winterfeste. Ratet mal, wer seinen Kleiderschrank nie leergeräumt hat. Hier ist noch jede Menge Zeug von uns. Weil ich habe ja Questgegenstände im Netz gesucht. Unter anderem auch Detra-Artefakte, weil wir eigentlich alle Detra-Quests haben. Und uns aber der Erfolg noch fehlt, bei Steam für 15 Detra-Quests zu sammeln, habe ich die ganzen Questgegenstände gesucht und habe die allesamt nicht gefunden. So, bis ich dann halt für die andere, für die Gefährtenquests ins VOD geguckt habe und herausgefunden habe, bestimmt unser erstes Zimmer war ja in der verschießenden Winterakademie. Und hier habe ich anscheinend meinen Kleiderschrank nie komplett ausgeräumt. Deswegen machen wir das jetzt. Nehmen wir jetzt hier erstmal so viel mit, dass wir ohne Probleme reisen können. Liegt nämlich noch... Oh. Ich habe da gerade, glaube ich, Drachenknochen. Hier liegt nämlich noch so viel Zeug rum, was so lange übersehen wurde. Ich glaube, davon bin ich die Drachenknochen. Drachenknochen erst einmal hier lassen. Wir haben das manchmal auch Dämmerbrecher, ne, Axt, äh, die Axt. Schwert, Tetraschwert. Was viel zu schwer ist. Wachenknochen lassen wir erstmal hier rumliegen. Ich kann mir auch gleich schnell nochmal einen Begleiter dazu holen. Kleine Sachen müssen wir dazu bringen. Zwei kleine Sachen. Von Arkai und noch... So, weil das Zeug bringen wir dann erstmal nach Hause. Ja, wir sortieren das jetzt auch direkt... Sortieren wir das direkt richtig ein. Ich glaube, ich mache das nachher noch off-steam mit dem Einsortieren. Da würde ich jetzt keine Zeit verschwenden und streamen, ehrlich gesagt. Ich meine, das sind die Krimsklams-Tour und gut ist. Das kann ich mal wo, unsere Krimsklams-Tour. Nach einer Mod suchen. Werde mal vielleicht Schilder erstellen kann. Das wäre auch... Wenn man Trunen markieren kann. Ich glaube, hier war unsere Krimsklams-Tour, ne? Da gilt meistens, das sieht nicht nach einer Verkaufentour. Äh, hier müssen wir erstmal... Kacke behalte ich, die Pfeile auch. Bogen ist aber mein Bogen. Die Pfeile, die scheppern schon gut, ne? Aber Pfeile wiegen ja nichts, die kann ich ja mitnehmen. Die Pfeile nehme ich auch weiterhin. Stemmer, Brescher. Hier sind halt auch Restgegenstände, ne? Stemmer von Falkenring. Am Märztag, was ich gefunden hatte, was wir, äh, verloren hatten. Naja, nee, das Ring der Suche, klar. Das können wir grad nicht ablegen. Wer hier umsortiert, hier muss ich dann mal auf Stream machen. Dauert halt alles auch ein bisschen, ne? Aber das Zeug holen wir erstmal jetzt hier rüber, damit ich das nicht auf gar keinen Fall vergesse. Ich bin durch Zufall aufgefallen, als ich dann die Viods durchgeguckt hatte, um diese Gefährtenqueste zu finden. Aber jetzt nur das Questfinale zu finden, damit ich es kaum was grab. Da ist mir doch mal aufgefallen, äh, hoppla, wir hatten ja ein Zimmer in der Winterfeste, ne? Das ist ein Fahrengas Frostsalz, ne? Habe ich die dabei? Die muss snacken, theoretisch. Nein, ich kann jetzt nicht. Ja, Bücher. Mindestens die Bücher hier. Das wiegen können wir mal ablehnen. Letztes war ich ein Problem, das ich nicht dabei hatte. Die Schriftrollen der alten und die schwarzen Bücher auch nicht ablegen kann, ne? Werft ein bisschen. Das soll wiegen nix. Da können wir irgendwann mal nur jeweils die Zweiten aussortieren. Der alten Köpfe. Der denn was? Aber ein bisschen anders jetzt ja. Das ist aber was wert, ne? Passungssphäre habe ich auch immer noch dabei. Trotz der Zeile brauche ich die noch. Ich war vor Ewigkeiten mal in der Questline. Ich war schon wieder mit 26.000 rum. Den legen. Aber das ruf jetzt die Alexa. Das ist doch auch vor Ewigkeiten. Gielte das mal ne Rolle. Ja, Torx Kriegs von uns kennen wir ja. Das ist verbuggt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die per Questbefehl senden kann. Aber das nicht heute. So, ist Madame... Kriegsbombs eigentlich noch hier? Ich habe sie nicht gesehen, als ich hier durchgerannt bin. Ich glaube, wenn ich hier sage, warte ich hier und zu lange weg bin, dann geht sie zurück. Sei mal warte. Aber ist ja gar kein Problem. Wir gehen mal kurz runter... Da nehmen wir Fakas oder so mit. Als Kollege... Bei einem von den Boys hier unten. Das war der falsche Schrank. Wo ist der erste, wenn ich mit dem... Da. Was geht mit? Komm mal mit. Komm hier um. Ich hoffe jetzt sehr, ich kann mit ihm tauschen, aber ich meine schon. Sag ich mal, was von der Rüstung er dann anlegt. Dann anlegt. Äh, da oben. Ne, Quatsch. Ne, Quatsch, da oben. Habe ich nämlich komplett vergessen, dass wir hier auch ein scheiß Zimmer haben. Nachdem wir am Anfang der Quest, äh... Sehr getrachtet haben, damit wir endlich mal was haben, um unser Zeug wiederzulegen. Habe ich dem Zimmer nie vertraut? Jetzt wurde er über mitnehmen müssen, ne? Wir halten an. Was ist los? Was braucht ihr? Oh. Was hat 1500 Gold? Wie nett. Magst du mir vielleicht... Ach, genug. Nehmen. Erst mit allen. 12 habe ich behalten, okay. Magst du mir noch was abnehmen? Magst du mir so? Da habe ich eigentlich noch ein bisschen zurück. Schuppen mitnehmen, er sprengt das nicht. Hier liegt halt noch so viel Zeug rum. N-16. Verdammt. Aber ich kann ihm ja auch noch was geben. Gehen wir. Was braucht ihr? Sag ich mal Tag Mode, Bro. Was ist denn los mit dir? Ja. 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 Hat er gerade alle genommen? Das finde ich ja... Ne, nicht alle. Ah, jetzt kann er nichts mehr nehmen, okay. Nach euch. Ja. Nicht mal, ich kann. Ich kann hier halt noch so uralten Scheiß rumfliegen, ne? Irgendwas im Wert von 3 muss ich zurück. Also Leute, ich bin... Ah egal, passt. Hier noch was drin? Hier? 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 Ich check jetzt alles einmal durch. Schöne. End. Ja. Ende. Äh, mir fällt kein weiteres Wort für Nein an. No. Vielleicht hab das was. So, dann hab ich zumindest mal ein bisschen Zeug drüben. Guck mal an Anfang. Ich werde jetzt nicht alles drüber holen. Ich hab die Drachenknochen schon mal hier. Und die Sachen einsortieren werde ich oft. Im besten Fall sogar heute. So, äh, da gibt mir erst mal das Zeug, was du hast, bro. Nicht wieder rausgehen, wo ist drin? Geht der Drachenfeil, äh, den Drachen, oder? Seiten, oder? Ein feines Haus wie dieses braucht einen guten Vogt. Oh. Ich bin gerne bereit, dieses Amt zu übernehmen. Wir werden gerade angegriffen. Jetzt greift mein Nachbar mich an. Echt jetzt? Also hab ich mir toten Nachbar vor der Bude. Wo ist das? Ich weiß hier. Wirklich, es könnte ruhig der Vogt werden. Ich wusste nicht, dass da auch andere Leute. Das hat sich auch so random begleitet, aber... Ja, aber macht natürlich Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Was braucht ihr? Ja, alles was du hast. Und dein Gold auch. Nach euch. Ja, es hat immer Abend das Gold gezockt. Ich bin noch da. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Wieselikowski. Dank für dein Gold. Geht halt jetzt wirklich nach Hause. Ja, gut, ist nicht weit von hier aus. Entweder nicht an den Paschnerre, also würde ich... Da vergeht ja... Da vergehen ja ein paar Stunden. Nein, ich will das nicht lese. Ich frage, warum ich den dabei habe. Den in der Kommune. Einer. Der kämpft in... Dieser Dämmerbrecher, glaube ich. Erstmal nicht mal einen Bogen. Faltes weg. Was hat der Schießkontakt mit so einem 20% gesteigert? Behalte ich das scheiße? Alter, 113 Rüstung. Krass. Helm ist nicht so viel, Klaas. Häftig. Weißt ja, weil die noch pimpen kann. Die ist jetzt aber... Jetzt habe ich auch immer noch dabei, ne? Ich habe noch keine Ahnung, was das bringt. Wo auch immer ich fahren gar... Fahren gar war doch der eine Boy da ganzer, Mann. Und Flussfall sogar. Also, ich komme da nebenliege. Wahrscheinlich liege ich komplett daneben. Schön, dass wir gerade 3000 Gold einfach so gemacht haben. Äh, 1500 Gold einfach so gemacht haben. 80 Lederstreifen, Alter. Aber gut, da habe ich auch noch jedes bisschen Lederstreifen mitgelassen, ne? Okay, wir sind wieder schön leergelutscht. Haben wir jetzt zumindest mal ein bisschen Zeug hier. Und jetzt mal, dass wir die anderen Quests getript bekommen. Hoffentlich da unten geht er. Da haben wir keins am Laufen. Ich meine, ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass wir, ähm... Irgendeine der Quests noch irgendeinen gewissen, weiß ich nicht, Spielstand haben müssen. Mit irgendeiner gewissen Entscheidung. Ja, du holst da unten ein bisschen um, Bro. Ist gut. Deswegen normalerweise müssten wir die restlichen Quests jetzt triggern können. Nochmal kurz. Ne, Quatsch, ich will nicht auf Fandom. Die Elders Fandom, sondern ich will auf Siren-Fan. Besser. Silkas oder Farkas. Nichts als Ärger an Himmelsrand. Die auf World of Eldersounds.de leicht anders heißt. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur, weil das übersetzt ist. Viertens übersetzt ist. Farkas muss ich ansprechen für Ärger an Himmelsrand. Also nichts als Ärger an Himmelsrand, dann machen wir das doch mal erst. Gerade, gerade war ich mit Wilkas. Oh, moin, Kinder. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr aussieht. Real springt ihr auch? Deswegen logischerweise hängt da auch nichts mehr, ne? Weil die Waffe schon in Iskamoor drin ist. Also in Iskamoors Grab. Nicht in Iskamoor drin. Oh Gott. Der Arme. Und er wird davon nicht mehr viel mitbekommen. Hat die beiden ihre Betten nicht hier? Ein Farkas. Hier war er das Zimmer, meine ich. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er denn? Ah, er steht wahrscheinlich draußen. Und ist... Im Hinterhof. Da sehen wir ihn übrigens, Iskamoor. Den Kras. Ah! Ihr wart... Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kotlack. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut. Okay, bei dir da habe ich gerade keine Quest-Trigger. Also gut. Okay. Jetzt haben wir alle und dann suchen wir mal Drachensucher da. Wer ist das erstverfügbar, wenn es zu Ehren der Toten und Aufstieg des Drachen beendet ist? Wir sind beide beendet. Und das letzte, was uns gefehlt hat, war... Reinheitsgeburt. Reinheit heißt das hier. Wenn es zu Ehren der Toten beendet worden ist, haben wir... Wir brauchen einen Kopf der Hexen, um diese Quest zu triggern. Bisschen witzig, weil wir gestern Abend im Pen & Paper... Da ging es um den Hexenkopf tatsächlich. Nicht... So. Boah, wo... Also, wenn der Kopf der Hexenkopf von den Hexen des Schluchtweiherzirkel ist, warum es zunächst nur einen benötigt. Heißt das, ich könnte die jetzt finden, wenn ich einfach in die Schluchtweiherhecke... In den, äh... Schluchtweiherzirkel, wenn ich da irgendwie... Hier steht keine Miene, also keine Höhne, die ich gebe. Erstmals in der Gefährtenquest, die Ehre des Bluts. Jetzt natürlich die Frage, habe ich zu Hause noch einen? Ich wusste nicht. Mal kurz... Weherzirkel... Also, die heißt so, die Höhe... Die Schluchtweiherzirkel, meine Fresse. Weherzirkel. Die. Rechts von... Links von Falcon Wing. Also. Ah, okay, dafür brauche ich die. Das find... Das siehst du halt im Fandom nicht, dass du was brauchst, um die Quest zu triggern. Dann ist World of Elder Scrolls vielleicht doch besser. Gut, gehen wir mal rein, gucken wir mal, ob wir eine finden. Aber man muss... Ja, also im Nachhinein. Es geht beim Reinheitsgebot darum, die Boys... Äh, ich sehe... Es geht beim Reinheitsgebot halt darum, die Boys von ihrem Wehrwolf-Dasein zu... ...befreien. Ja, aber ne... Boah, Hexe ohne Kopf, ne? Wer hätt's gedacht. Es geht halt darum, die Jungs von ihrem Wehrwolf-Dasein zu befreien. In der Quest. Boah, ich brauch mal gerade, äh... ...wenn mal Käpt'n. Die hat echt ja auch nichts, ne? Aber sag nicht, dass es die einzige Hexe in der Hood haben. Man muss eigentlich noch wen von denen finden. Aber du kannst ja mehrere heilen. Hier liegt noch eine und die hat auch noch einen Kopf. Geht dann auch. Ich hätte ganz gerne noch eine, tatsächlich. Einfach nur so aus Prinzip. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur zwei Gegner waren in der Höhle damals. Da hab ich jetzt eingesehen. Achso, aber ich kann Sneaker, hoppla. Okay, aber ich hätte noch ganz gerne einen Kopf. Weil der wird verbrannt dabei. Und na... Ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen Kopf, einfach ihn zu besitzen. Da geht's noch. Generell noch ein paar Wege. Ich hab' nicht... Ich mein' es muss ja mindestens zwei geben. Weil man ja die Option an Farkas und Fülkas von dem Fluch zu befreien. Da hätten wir jetzt auch schon insgesamt drei. Ich möchte ganz gerne hier raus. Bitte. Hallo. Danke. Ist nicht schon wieder. Ja, da gab's noch einen Weg. Da kommt man halt die nächste. Da hab ich halt legit nicht gelootet. Ich hab halt echt nur... Tee-Pose. Ich hab halt echt nur die letzte mitgenommen anscheinend. Das ist ganz schön schlampig. Oh, hier war noch ein Gang. Das war der in die große. Mit dem wir gerade waren. Und hier rechts. Da liegt noch einer. Aber ist ja natürlich logisch, dass ich die... Dings nicht mehr... Oh, hopp. Der wurde ja, glaube ich, bei Kottluck. Kottlucks Ding war brandwändig. Heiß ist echt. Ich hab keine Ahnung mehr, was in der Quest dann abging. Aber jetzt haben wir erstmal genug. Haben noch ein paar für zu Hause. Führen die Truhe rein. Wir können jetzt nochmal zu Farkas oder Wilkas. Da können wir mal gucken, wen wir lieber hätten. Eigentlich den, den ich jetzt zuerst anspreche. Wenn anderen nehmen wir dann, denke ich mal, das Vogt für unseren Haus. Für unser Haus. Unser Rennhaus. Unser Anwesen. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Gelabert. Ich hier eigentlich... Guck mal, hier hab ich auch in den Favoriten drin. Ich hatte viel mehr über die Favoriten. Wollte der Schrei gerade zuerst nicht funktionieren. So, dann machen wir ganz casual und gehen einfach zu Furt. Machen wir es ganz casual. So, hallo Freunde. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorwasker, solange ich zurückdenken kann. Aber ja, da kann man tatsächlich nicht halten. In den Hinterauf gucken, den ersten, den wir finden, heilen wir. Ei. Oder willst du nicht? Du willst anscheinend nicht. Ist denn dein Bruder schon wieder? Mensch, hat man die alle hier suchen gehen muss. Er wird da wohl nicht im Bettchen sein, oder? Er ist immer noch auf dem Weg nach Hause. Lass dich vorstellen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Er hat auch nicht so hart Bock. Also gut. Habt ein bisschen. Oder so. Skior sagt, ich hätte Iskramors Kraft. Und meine Läser in Integance. Keine Quests gerade am Laufen, die das verhindern. Da, 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 da. Boah, random Quests ist geil beim Trigger, ne? Schwierig. Spricht der Spieler mit einem Kopf der Echse im Inventar, welch im Verlauf von dir geschafft wurde. Mit Wilkas oder Farkas besteht eine Chance, dass der Gesprächspartner wünscht von seinem Wehrwolf da sein, erlöst zu werden. Und der Auftraggeber wird daraufhin zu seinem Begleiter, blablabla, blablabla, blablabla. Ja. Das ist quasi, die feste Zeit ist halt quasi echt nur, es hinzubekommen, dass das Ganze geschlickert wird. Aber nicht einfach so mit dir rumlabern. Oder muss ich dich, weil bei Madame ist es ja auch so, bei Serana müssen wir sie erst als, Vergeuden wir keine Zeit. Vergeleidtheit zufüllen. Jetzt. Ich bin noch da. Aber nehm. Ich geh dann mal nach Hause, falls ihr nicht braucht. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Ja, dann. Voran, Bruder. Jemanden wie euch hätte ich nicht als... Vergeuden wir keine Zeit. Ich bin noch da. Er will auch nicht. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Ich kann auch keine anderen Quests bei den beiden triggern. Von daher nehme ich erstmal noch eine Quest von Aayla an. Wir machen die schnell und gucken, ob ich dann Quests triggern kann. Ihr seid jemand, der für Ergäste soll. Ach, du hast auch keine Quests. Das gefällt mir. Okay, dann weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Also gut. Kommt. Ich kann ein Stündchen warten. Von mir, wenn ihr Fragen habt. Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kotlik. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint mir wahr zu sein. Aber das ist gut. Keiner will. Ja, von denen. Mein liebster Saufkumpan. Athora kann ich auch fragen. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Skjord sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Freunde wie ihr sind schwer. Kann ich. Vielleicht rettet es euch das Leben. Geld ausgeben. Also gut. Also gut. Ich glaube, ich habe inzwischen ein Exemplar von jedem Lebewesen in Himmelsrand getötet. Vielleicht wird es Zeit für einen Abstecher nach Waurowind. Also gut. Und weiß alles. Oder irgendwie wollen die noch nicht so wirklich. Vielleicht will ich auch erst ein bisschen warten? Oder irgendwie. Stuck in der Questline. Oh, hallo. Ich habe gestern einen Beeren getötet. Oh, ihr habt also jetzt das Sagen. Lebt wohl. Hat ja eigentlich wieder... Ah, guck mal, hier hat wieder eine Aufräumung, nachdem ich hier einmal kurz ausgerastet bin. Hm. Ja, schwierig. Schön, doch. Was braucht ihr? Bei... 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 Ich habe es einen Kopf. Ich habe jemanden. Wir sind Geheimnisse. Ich habe jemanden. Aufgeh... Was ist denn nun wieder? Hm, hm. Manche denken, ich sei nicht intelligent, sie kriegen meine Füße zu spüren Ich habe gehört, dass ihr annehmen und stärker seid, als ihr aussieht Vielleicht könntet ihr mir mal zusammen auf die Jagd geben Pass auf, Freunde, dann halt leider nicht Es gibt noch Quests bei den Random Quests, aber ich kann gerade keine triggern Oh, da 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 30 Tage Spanne abwarten Machen wir erstmal was anderes Gehen wir erstmal einen Fick hier drauf, hier kommen wir aktuell nicht weiter Da haben wir Funktioniert das, wir haben noch eine Quest Zwei Quests, aber eine, die wir jetzt gerade machen könnten Bei der dunklen Bruderschaft Achso, leid Dies ist keine gute Aufgabe, um durchzuführen Es ist vielleicht besser in früheren Spielen Wir müssen die dunklen Bruderschaft irgendwen töten Dann haben wir die Quest Also irgendwen töten, dann müssen wir mit dem Anführer sprechen Dann müssen wir mit Nasir sprechen in dem Fall Achso, das ist eine Kuh da und ich denke, da rennt ein Nerven durch die Straße Ja, wo war der nochmal die dunklen Bruderschaft? Das war nicht hier oben Irgendwo das neue Lager von dem Keks Der dunklen Bruderschaft Westlich von Falken Das war doch hier unten Das alte war glaube ich im Norden Das alte Westlich ist links logischerweise Ah hier Moin Jungs So, wen könnten wir denn mal gerade auf Meine aufräumen bitte Ich glaube, wir sind nicht mehr hier Das war die alte Ruth Ne, das sieht nicht mehr so, sonst wäre hier noch einer Wo sind die Neu? Ich bin gerade mal durch den Laderbildschirm durch Ich bin gerade aufräumen Ich bin gerade aufräumen Keine Ahnung, wo die gerade sind. Wo sind die jetzt im Norden? Da kann ich nicht, Liebesgilde. Äh, dunkle Bruderschaft. Ach, welche Nellerschools online. Wo sind die denn alle? Es gibt die zerfallenen Dämmerstern. Sind die da? Da waren die, ne? Dämmersterns. Das müsste es sein. Als ich da beide neben dir sind. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Oder du. Sag mal so. Heck. Jetzt aber. Dann sind die natürlich logischerweise in der Zuflucht. Einmal rein in die Hutschube. Hier noch ein bisschen aufgeräumter. Oh, da brüllt aber irgendwer rum da unten. Die immer noch verletzt sind von dem Überfall. Die Armen, ey. Erlöst die endlich jemand. Alle erfahren, äh, Opfer. Stimmt. Gefangene. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Da gehen wir nicht auf den Sack, das ist im Random Quest. Sprecht mit dem entehrten Skull. Nein, ich will das nicht. An der Baden Akademie in Einsamkeit. Nehmt sein Gold Und dann beseitigt das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Wir sehen, davon ist die verdammt laut. Ich sage euch alles. Alles. Aber bitte hört auf, mir wehzutun. Hat dich hier nicht schon mal jemanden gedötet? Mit der dunklen Bruderschaft geht es wieder bergauf, Zuhörer. Ich spüre es. Ich speichere mal. Macht euch ans Werk. Zuhörer, es ist eine Ehre vor euch zu stehen. Noch ein, ihr hättet nie herkommen sollen. Das tun mich an. Wieso gehst du mich jetzt an? Nee, so wollte ich das nicht. Ja, bitte laden. Nee, so war das nicht geplant. Diese Fragen, wie die Quests getriggert werden. Das ist doch ne. Das Ding ist aber, die Wiki-Artikel sind doch so beschissen geschrieben, was das an... Und wenn du mit dieser dunklen Bruderschaft angegriffen und nur getötet hast... Ja, ich hab doch wen angegriffen gerade, oder? Das ist doch irgendwie niemand anders, ne? Oh, Freunde... Ich bin zu Hause. Ich tue, was ihr befehlt. Aufhören! Ihr hättet nie herkommen sollen. Jetzt greifen mich alle an, oder? Ich greifen mich alle an. Weißt das, ich muss ihn per One-Shot töten, oder? Ja, ich muss ihn anscheinend per One-Shot töten, damit die Quests getriggert, weil sonst... ...werden die irgendwann pissig. Zuhörer, es ist eine Ehre, vor euch zu stehen. Aufpassen! Sechs facher Schalen, ich hab die nicht ansatzweise gewone-shottet. Warte mal, hier, warte mal. Wie kann ich euch dienen, zuhören? Nein, du sollst mich da nicht mitbekommen, du Kek. Das geht gar nicht, oder? Braucht ihr Alchemie-Zutaten? Oder Training? Was denkt ihr, was ihr da macht? Geht weg! Kann ich mir kein Damage machen? Gut. Und jetzt sind alle Anti auf mich. Hä? Ich check nicht, wie ich dich für das Trigger. Wenn ich halt direkt angegriffen werde und der Typ nicht was mit mir redet. Ich hab das gegen eine der fünf Gebote von City. Ich hab ja auch kein anderes Geburt. Ich hab das gegen eine der fünf Gebote von City. F3-Familie... Man findet nichts unter... ...einehre. Keine Beeinstimmung, echt jetzt? Ich soll mich verarschen. Ich hab das gegen die Töte. Die Quest steht hier einfach nicht drin. What the fuck? Wie dumm. 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 Ja, ich find' ich doch... Wenn ich mal reinkomme... Da hängen sie doch... Ich lese... Lese wirklich, ne? Kannst du nicht lesen? Ja, ne, okay, keine Ahnung. Also, krieg' ich auch nicht getriggert. Find' ich auch im Internet nichts, so. Muss' die mal markieren, die, die ich nicht getriggert bekomme. Machen wir mal gelbfarbig. Nicht, falls ich da noch nachgoogeln muss. Weil, ich krieg' sie nicht getriggert, keine Ahnung. So, wir haben noch Quests bei den Sturmmänteln. Testgebers Galmar-Steinfau. Galmar-Steinfau... Oh, das ist doch schon mit... Das ist der Sidekick von... Von Dingsbums. Und der wird die Quest mit Sicherheit gerade nicht für mich haben. Zu 100 Prozent. Von Ulfric Sturmmantel. Die werde ich auch wieder nicht triggern können, die Quest. Mit Sicherheit. Weil, das ist schon über keine Person mit dem Thema schon fünfmal geredet. Und hundertmal geredet. Du beschwerst dich ja immer über dieselbe Scheiße, ne? Überhaupt existiert. Ehe wir in den Krieg gegen unsere Feinde ziehen, müssen wir in den Krieg gegen unsere eigenen Schwächen ziehen. Wenn ich sonst noch was tun kann ich fragen, ist das eine Random Quest? Und dann würde ich normalerweise zufällig nebenbei stehen. Reboot. Gut. Hilft mir nicht weiter. Erklärt nur die Quest, aber nicht wie ich sie triggere. Ja, ich bin wieder auf World of Elder Scrolls, das hat mir geholfen. Wir suchen nach, wie hieß der Scheiß nochmal? Oh mein Attribut. Ab, Bürgerkrieg da. Find ich nicht. Okay, sympathisch, steht hier nicht drin. Wollt ihr mich verarschen? Okay. 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 Steht hier einfach nicht drin. Mal gerade, Quest. Ich frag einfach mal. Mach mal fest. Dankeschön. Wenn euer Weg euch auch führen mag. Als wahrer Sohn Himmelsrands werdet ihr wissen, was zu tun ist. Tötet zunächst einmal jeden Soldaten, auf den ihr in der Wildnis stoßt. Einige Berichten zufolge sollen sie dort draußen versteckte Militärlager haben. Weißt du, mir ist das jetzt egal. Quest, die ich nicht triggern kann, werden alles nicht triggerbar markiert. Fertig. So, die falsche Front. Moment, das ist eine Hauptquest. Also, wir müssen doch eigentlich gespielt haben. Das ist eine Hauptquest. Das sind alles Hauptquests hier. Die müssen wir eigentlich haben. Und weil wir alle nachfolgende Quests haben. Keine Ahnung. Ich hab die Quests nie gemacht. Bin ich... Weiß ich nicht. Gut. Okay. Die nächste Reihe. Ich weiß es nicht. Bin ich... Ja, wir haben noch Dungeon-Quests. Dann müssen wir heute irgendwas Sinnvolles machen. Wir sind eine Stunde dran und haben noch nichts Sinnvolles gebacken bekommen. Die Legende des Roten Adlers war auch, glaube ich, nicht triggerbar, ne? Wieso heißt die Quest Inflation auf leisen Sohlen in Deutschen? Da habe ich die hier drin als Inflation. Okay, bei der muss ich nochmal checken, ob ich die nicht doch gespielt habe. Okay, aber es ist Walda. Who the fuck ist Walda? Wollten wir Walthume betreten haben? Was ist Walthume? Wir haben noch eine Rathruine. Äh... 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 Schnauze geil mal. Schnauze geil mal. Ja, Sie sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht. Wohl! Bei alle was... Na! Ich zeig nachher trotzdem mal äh... Position aus. Die hab ich noch gar nicht entdeckt. Dann kam mir die Quests nämlich auch noch nicht so wirklich gemacht. Hier auf der Map. Das ist doch nicht die Hood. Ein länglicher See. Das ist schon mehr ein dicker Fluss. Äh... Äh... Sie befindet sich im Fallen Reach. Östlich von... Luxinial. Das hier. Westlich vom... Südlich von Alt-Rodal. Ah, guck mal. Also hier irgendwo. Da machen wir mal eine Schnellreise. Also das haben wir noch gar nicht entdeckt. Also können wir die Quests auch noch nicht haben. Sollte... Boah, das ist halt hart. Am schnellsten gehen wir nicht hier in Schnellreise. Gibt's generell noch jede Menge, die ich nicht hab, ne? Naja... Naja, das ist die falsche Richtung. Wir müssen auf jeden Fall in Richtung Westen. Ah, kill mal den Ball. Wir gehen währenddessen unserem Skyrim-Handwerk nach. Obwohl, die kann man sich nicht drüber backen, ne? Wird schwierig hier. Dann gehen wir aus. Vielleicht gilt das hier auch schon als Map-Begrenzung. Und warte mal, mir fällt gerade auf, es gibt einen viel einfacheren Weg. Wahrscheinlich ist die Schnellreise bei Final Ernährung. Kann einfach nach... Versuche ich nicht auszusprechen und dem Fluss folgen. Ich folge dem Fluss jetzt in den Osten. Das, äh, dauert ein bisschen lange. Oh, dem Fluss hier... Wir laufen jetzt quasi nur noch in den Osten. So, entspann dich. Also, glaub ich, kein Fluss, den ich hier sehe, sondern das ist ein Weg, glaub ich. Wir gehen in den Osten. Und dann... Das ist kein markierter Spot. Leichteres... Oh, Mensch. Schade als wäre es nur so ein Drachen-Sprung-Out oder sowas. Das ist doch unten der Fluss, wo ich hin will? Ja, es ist der dicke Fluss. Wir müssen eigentlich von der Zwerge... Oh Gott! Ich bin ein bisschen erschrocken. Ja, da kommt noch einer. Wir müssen eigentlich von dem Zwergenaufzug knack in Richtung Osten. Was hier rechts ist es doch schon, oder? Das müsste es eigentlich schon sein. Ja, guck mal! Vestibül. Hallo? Geht, Fremdling. An diesem Ort regt sich das Böse. Ich fürchte, dass das Land nicht mehr sicher sein wird, wenn es sich befreit. Ach! Wovon sprecht ihr? Wir stehen am Grab von Huten-Orak, der seit vielen Generationen tot ist. Doch ich fürchte, dass seine Rückkehr unmittelbar bevorstehen könnte. Und was machen wir dagegen? Ich habe ihn hier festgehalten. Doch während er stärker wird, schwinde ich dahin. Jetzt kann ich seine Kraft kaum noch bezwingen. Und wenn Herr wacht, werde ich ihn erst recht nicht mehr besiegen können. Doch mit der Hilfe eines liefenden Helden könnte es mir vielleicht gelingen. Ich habe ihn hier festgehalten. Das würdet ihr tun? Klar! Die Gefäße in dem Grab unten enthalten die Macht, Hevnorak zu besiegen. Diese auch an wir vor allem anderen. Bringt sie mir. Doch seid vorsichtig sterblicher. Sie werden von den Schägen Hevnorak's bewacht. Diese werden von nichts halt machen um ihren Herr zurückkehren zu sehen. Was Böse lauert. Oh Mensch. Was ist jetzt so hübsch? Krieg? Endlich mal ordentlich gewessen, ey. Ein und eine Viertelstunde hat es einfach gegeben. Boah, als ob man hier nichts versteckt hat. Wie schwach. Wird schwören können da irgendwas gefunden. Nicht irgendwas finden können. Hallöchen. Wird bestimmt nichts passieren. Können die Quest nochmal markieren, ne? Das Böse. Einfach wieder ein Nord-Dungeon. So herausfordernd wird das hier zwischen. Glauben wir überhaupt wo Schlangen muss. Eppel oder sowas irgendwo? Da hab ich hier keinen Schlangen. Ah, okay. Da war ne Falle. Gar nicht knapp. Guck. Nice. Erstmal direkt Fatality. Da pass' ich. Da pass' ich. Würde ich durchpassen theoretisch. Aber ist leider nicht drin. Ah, unser Rückweg. Alles klar. Okay. Pfff. Au. Fast ein paar Horrorspiel-Aspekte. Oh, moin Chef. Nicht schreien. Aber jetzt sind laut. Ist schon spät. Hey. Guck mal, kommen die ganzen Sounddateien gerade her. Hier ist doch gar keiner. Ist ja Seelenstein-Schick. Erdrichfeiler-Guy. Ich bin abgeschmiert quasi schon. Ah ne. Ich komm nochmal raus. Ah, da sind glaub ich die Gegner drin. Ja komm, kostet ja nix. Moin. Da hab ich mich hier durchkloppen. Da lag jetzt nicht noch irgendjemand rum oder so. Oh, du Wicht. Nix. 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 Das heißt, wenn ich jetzt hier lowlife reingefallen wäre, wäre ich gut am Arsch gewesen. Oder ohne die Triche. Ach komm schon. Danke. Nix. Echt'n geiler Skill. Muss man quasi nur einmal die scheiß Tür knacken und dann ist gut. Ach. Du musst mal. Das war ja natürlich was für ein wundervoller Teller, den ich bestimmt nicht aus Seelen mitgehen lassen habe. So. Ich hätte mit dem Dash theoretisch nach da oben gekonnt, fällt mir gerade auf. Also nicht nur theoretisch. Ich hätte da da oben gekonnt. Und dann atmet da hinten sehr schwer. Und dann wäre ich los. Ja. Waaa. Wie heißt das? Nein. Wie ist das? Ah lol, der Drachenpriester, das war der Boy wahrscheinlich, der rumatmet wie so'n Wilder. Äh... Ah! Beide Wege sind aufhören, okay. Ich muss mal hier rum. Vielleicht auch nicht. Hier komm' ich wahrscheinlich nach hier oben, ne? Aber viel weniger Text, wie wenn der diesen komischen Backschlag macht, aber sind nur noch ein paar Level. Dann schmeißt man ab wieder raus, sind zwei Hände. Liebes Gefäß, nehm ich mit. Das wäre doch erst da lang gegangen. So. Ein Level. Korrigiere. So. Oh, nicht hier runterglitschen. So, was ist Glitschen? Mit dieser dummen Attacke. Darunter fallen. Oh, macht gut. Dann spielen wir wieder mit Einhänder und Schild und dann block' ich mal ein bisschen. Wir blocken. Mal etwas stillen. Kann ich theoretisch runter... Hier... Ja... ... ... ... ... Ich muss mal googeln, ob es Hinweise im Game irgendwo dazu gibt, wo sich die Steine von Barenzia befinden. Ich hätte das ja in den Büchern hier vermutet. Hier die wahre Barenzia. Aber da habe ich bis jetzt noch nichts drin. Ich habe aber erst ein Buch gecheckt. Oder so. Um abgesehen. Ja, wow. Puh. Aber, ähm. Na komm runter, mein Freund. Oder bleib hängen, wie du willst. Uff, yes, das war ja. Okay, das ist auch ein geiler Käfig. Mit dem Eingang einfach zur falschen Seite. Da wird ausbrechen schwierig. Geht's weiter. Wir gehen hier lang. Die geheime Räume ist hier. Das ist eigentlich ein ganz geiler Dungeon. Oh no, hier sind wir. Cool. Hörte, Folterkammer. Man kennt sie, man liebt sie. Katakomben. Jetzt geht er erst richtig stief rein. Hör mal. Jetzt geht ab. Wird wild. Erstmal eine Truhe mit Falle, von der ich begrüßt werde. Das ist ebenartig. Gut aussehendes Dungeon. Ich würde sagen, ich höre doch schon wieder Spinnen. Hier, gut. Dankeschön, Mann. Da hängen auch welche. Weil der irgendeinen Quatsch macht. Ja komm, lauf noch ein Stück weiter. Wenn der andere Richtung gelaufen hättest du ihn erwischt. Guck mal, du bist nicht ganz so laut. Aua. Hey, du warst nur Buggy. Äh, ah da. Ich hab ja komplett übersehen, mein Freund. Hey. Wann rennt denn ein Todesfürst weg, du Kek? Was ist denn mit dir? Noch was zum Aktivieren. Nett. Ich glaube, ich muss weiter wegstehen. Damit, aua. Ich glaube, ich muss weiter wegstehen, damit dieser komische Bug nicht Trigger mit dem Angreifen. Das ist, wenn ich zu nah dran stehe. Die nehmen mich auch mal direkt mit, bevor die irgendeine Kacke versuchen. Und mich auch auf ganz entspannt vorbeigehen, ohne gebrätselt zu werden. Das ist schön, dass die manche einfach in die falsche Richtung schreien. Jetzt stehe ich wieder nah dran. Jetzt ist er wieder Buggy und will die ganze Zeit dashen wie ein Beklopter. Jetzt gerade, ich bin nicht an meiner VASD dran. Er will die ganze Zeit nach vorne dashen. Okay, jetzt ist er in der Kill Animation. Gut, ich wollte mir das gerade aus der Externen angucken. Nein, das triggere ich nicht. Auch wenn es lustig ist. Gut, ich bin nicht. Ich habe einfach gar keinen Bock auf Fighten hatte. Halt überhaupt nicht. Akzeptiere ich. Ist okay. 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 Ah, einmal nach unten. Wenn du nicht aufwachst, Bro. Jetzt warst du nicht mehr auf. Wollt er mich gebäden, der Drecksack. Oh. Aber wie nett, dass die Klaue direkt hier vorliegt. Finde ich sehr sympathisch. Eisenklaue. Und da wird es warm unterm Hinter. So, wir haben Wolfi, Adler und Drache. Wolfi, Adler und Drache. Perfekt. Wollt er mich gebächt. Cool. Alter, der hat mit dem Schrei, der hat die Fresse weggeblödet, der Drecksack. Ja, weil wenn man von weiter weg, dann wird das nicht getriggert. Der komische Bug mit dem Daschen. Aber ich falle eh viel zu weit weg mit den zwei Händen. Zack, zack. War gut. Erstmal den hier. Führe mit Walde das Ritual durch. Wo sind wir? Da. Dort, der macht. Ja, den Aura flüstern. Oh, die sieht so geil aus, ne? Wenn der Scheiß halt mehr Damage machen würde. Das war vom Aufbau her echt eines der geilsten Dungeons. Wenn nicht das geilste Dungeon. Das war nicht so wie die Standard-Nord-Dungeon. Das war cool. Ah. Mal mal öfter. Ah, gar kein Problem. Die paar Keks. Als er noch lebte, ließ Hefnorak all sein Blut aus seinem Körper fließen. Er wollte seine Macht nach seinem Tod auf sich zurück übertragen, um so ein mächtiger Lieb zu werden. Dieses Blut befindet sich in den Gefäßen. Wenn ihr sie ausleert, nehmt ihr ihm jede Chance, seine früheren Kräfte zurück zu erlangen. Oho. Und hört sich gefährlicher an? Wenn ich das schon als erste Option habe, ja? Ach, da ist mir sicher wieder so ein Fliegelkeck, oder? Wenn mir eine Maske gibt. Dann, let's go. Ich muss langsam pinkeln. Leert die Gefäße in den Wandleuchter beim Thron und dann setzt euch auf den Thron. Danach werde ich Hefnorak losbinden. Der Licht wird geschwächt sein, wenn er aufwacht, aber er ist dennoch ein ernstzunehmender Gegner. Seid mir leid. Mit ein paar Healtränken vielleicht. Habe ich alle drei reingekippt? Und? Ich setze mich da mal auf ganz entspannt. Ah. Na, guck mal. Ja, sag ich ja. Ich stehe wieder zu nah dran, ja? Und dann backt der wieder. Das geht halt wirklich da ran. Was war denn? Ich habe jetzt noch 100. Nice. Das ging aber auch immer schnell. Das letzte Level ging ja echt fast. Hevenorak. Immun gegen Krankheiten und Gifte. Cool. Boah, ich spritzel noch ein bisschen. Na, Kollege. Gar kein Ding. Nur als Eisenmaske. Oh, die habe ich schon. Danke, mein Freund. Danke, böse Lauer. Endlich haben wir noch eine Quest abgeschlossen. Okay, los. Cool, cool. Okay. Tschüss, Freunde. Das ist mal ein sehr cooles Dungeon. Das kann ich jetzt abgeschlossen abhaken. Dann endlich mal wieder eine Quest. Und dann gucken wir noch nach Inflation gleich, was auf leisen Sohlen im Deutschen heißt. Ah, ne Infiltration. Okay, Inflation. Hoppla. Das heißt, im Deutschen auf leisen Sohlen. Erstmal mache ich mal eine Pinkelpause. Bis gleich. Okay. 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 Aminfant. Das ist mein Schalb. Ich habe mich mehr ninguém. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Müssten wir jetzt gerade noch ein bisschen was in Einhänder reinpacken. Damit wir wieder mit einem Einhänger... Oder eigentlich müssten wir in Magie halt was reinschmeißen. Jetzt was nächstes ist. Was nächstes kommt, ist halt Magie, ne? Erstmal skillen wir uns hier. So, klar, den muss ich dann natürlich logischerweise nochmal machen. Oh Gott, wir werden wieder gar kein Damage machen. Wir werden wieder gar kein Damage machen. Kriegsachs brauchen wir nicht. Wir gehen dann wieder den Weg des... Wir gehen dann wieder hier hoch. Wir werden gar kein Damage machen, Lull. Ja, dann müssen wir halt langsam mal mit Magie irgendwas machen. Zauberung, Veränderung wieder... Zerstörung, Feuermagie. Hätte ich halt Bock drauf, ne? Die Effekte viel wirkungsvoller. Das könnte man skillen. Ich muss dann Gegner zurück, wenn sie doppelt hilflich sind. Das ist nicht schlecht. Feuerzauber. Feuerzauber finde ich gut. Blieb das hier, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Das ist schlecht. Das wollen wir nicht. Oder sterben. Kräfte der Magiker. Der Frostblitz... Ich bin eher so der Feuertyp. Das hier noch. Dunenmeister. Kannst du um fünfmal so weit entfernt platzieren. Da muss ich mich halt ein bisschen reinlesen, wie das genau funktioniert. Ich würde ganz gerne erst mal mit dem Feuer so arbeiten, tatsächlich. Der Herstellung... Könnte man noch rein skillen. Die Hälfte der Magiker... Ich weiß nicht, was unser Zauber... für eine Stufe ist. Jetzt aber stellen wir Ausdauer wieder her. Das ist sehr gut. Einmal Automatisch zahlt auf fünf Punkte, wenn du unter 10% in der Gesundheit sinkst. Nett. Ich muss mal kurz checken. Wir müssen auf Magie gehen. Jetzt machen wir doppelt... Äh... Flammen ist das. Das ist Novize. Das Heilen. Das war natürlich logischerweise bei Wiederherstellung. Das war auch Novizen-Stufe. Okay. Heilt beim Zielen, die keinen Untoten hast. Heilt den Zaubernden. Heilt beim Zielen. Wie beim Zielen. Kein Untoten hast du nachher. Oder Konstruktion 15. Heilt die beim Zielen. Beim Zielen mit einem Bogen. Oder was willst du von mir? Heilt den Zielen mit einem Bogen. Okay. 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 Erstmal kam er in die Ruhe und so. So, und dann haben wir nämlich noch auf leise Sohlen. Festgeber ist da Leo vor Trevas Wacht. Da müssen wir kurz gucken, ob wir die schon gemacht haben, weil ich hatte die nur als Infiltration hier drin stehen. Das habe ich logischerweise wahrscheinlich nicht gecheckt. Grundort des Trevas Wacht. Wo zur Hölle ist Trevas Wacht? Da ist Trevas Wacht. Ja Mensch, das ist gar nicht so weit weg. Das ist Trevas Wacht und das Heilt ist abgeschlossen. Mensch, haben wir die Quest. Ich muss schätzen. Ich kann mich erinnern, ja, wir haben die Quest. Ich markiere die mal gelb, damit ich es nochmal checke. Auf leise Sohlen. Ändern wir den Titel mal. So. Dann haben wir das nämlich. Okay. So, wir haben noch eine Quest in Reach. Das Herz von Dibella. Das habe ich aber auch schon mal gecheckt und irgendwas ist dabei schief gegangen. Genau, das war, äh, das Herz von Dibella war die Quest. Wenn man im Tempel von Dibella startet, die bei mir nicht startet. Weil warum, weiß ich nicht. Heißt, markieren wir als nicht triggerbar und weiter. Da haben wir alles. Dorn Guard haben wir auch durch. Da haben wir nur noch als Vampire. Dorn Guard haben wir nur noch als Vampire. Aber dafür müssten wir mal ein Vampir sein. Weil haben wir hier noch mehr als Vampire. Aber auch der hat mal Wacht-Quests anscheinend. Gar nicht mehr so viele Quests tatsächlich. Eigentlich kaum mehr Quests, fällt mir gerade auf. Ja, aber wir müssen noch die Kaiserliche Legion am Abend durchziehen. Da brauche ich irgendwie einen Spielstand für oder so. Muss ich mal gucken. Eine neue Stahl-Riemen-Quelle. Sowohl, das Stahl-Dorf wäre das drüben. Wir haben noch ein paar Dorn Guard-Quests. Äh, hey, hier. Ja doch, Dorn Guard, klar. Äh, Dämmer Wacht-Quests. Oh, ich sollte auch Skyrim dabei suchen. Ich glaube, Gunmar ist der Questgeber. Okay, dann wollen wir mal gucken. Vampire jetzt zu fighten ist natürlich ein ganz klein wenig unbelohnend. Wenn Feinde in der Nähe sind. Achso, lol. Nichts war das. Da müsste ich jetzt an meine Ausrüstung gucken. Gerade, die wir vielleicht hier drauf noch verzaubern können auf die Rüstung. Oh, da war eine Brache. Echt jetzt? Oh, das ist ein Fuchs. Oh, vielleicht hat der Fuchs abgebrannt. Ich dachte, das wäre ein Wolf und der würde gerade Krach machen. Oh Gott, wir machen halt echt gar kein Damage, ne? Oh, der haut ab. Als ob ich jetzt immer noch Feinde in der Nähe... ...aber mich der scheiß Drache halt verfolgt. Oh, keine Magen kann mehr. Da kommt noch ein Bär echt jetzt. Ach, Leute. Na, was geht denn jetzt auf einmal ab? Ja, Magikertrank, dann werden wir die auch mal los. Habe ich einen dabei. Ich sollte stehen bleiben. Ich trigger immer mehr Fischer, fällt mir gerade auf. Was geht hier ab, bitte? Okay, da kommt der Nächste. Ich werde kämpfen. Da mache ich gar keinen Damage, ne? Willen wir nochmal Einhänder ein bisschen leveln? Ich habe keinen dabei. Doch, mit Sicherheit haben wir einen dabei. Ich halte es schwer, zum Beispiel. Achso, ja, mit dem Stab kämpfen. Was der kann. Raum-Damage machen. Das geht gar kein Damage. Ach doch, jetzt auf einmal schon. Ich brauche den Stab, der irgendwie Feuer raus. Aber der ist auch gleich schon leer gelutscht. Der starb tatsächlich. Im Boden gesprungen, der Blitz war wirklich immer auf dem Boden. So. So. So, der ist halt gleich schon leer gelutscht, ne? Darf ich jetzt? Danke. Ah ja, diese Zeit hat sich einfach wieder hier. Dann sollte sie mir aber auch bei Zeiten mal meine Rüstung wiedergeben. Erkunden mal. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Erkunden mal nicht hier irgendwo. Das ist ja, glaube ich, spät, ne? Ja. Wenn ich die jetzt in ihren Betten suche, warte ich lieber ein paar Stunden. Ich bin schon lange nicht mehr hier. Hübscher Kleber, mein Glückwunsch, Freund. Im Augenblick ist es in Ordnung, aber wir können uns nicht ewig verschanzen. Muss ich fragen, wie kann ich helfen? Wenn er sich dann im zufälligen Order fällt. Rede mit Isran für deinen Auftrag. Okay. Das sind jetzt wieder nur verschiedene Quests, ne? Ach. Ich meine, ich bin doof. So, pass doch auf. Hübscher. Wo ist er? Oh. Äh, Treppe? Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Da, Treppe. Ne, der Morgen, der Morgen? Na, da will ich nicht hin. Äh, vielleicht die Treppe? Ah, das sieht besser aus. Moin, Chef. Seid immer wachsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf ist etwas für Schwache. Soll ich eigentlich mit dir reden? Trotz meiner Vorbereitungen. Wie kann ich helfen? Der Jarl ist in Gefahr. Der Jarl spricht recht. Pyr gibt sich als Berater des Hofs aus. Vernichtet die Bestie, bevor sie ihr schändliches Werk vollbringt. Aber, seid gewarnt. Die Wachen sind sich der Bedrohung nicht bewusst. Und werden jegliche Gewalt gegenüber diesem Berater als Verbrechen ansehen. Überzeugt den Jarl von der Bedrohung, damit ihr die Kreatur vernichten dürft. Wenn das nicht klappt, solltet ihr euch lieber nicht erwischen lassen. Macht schnell. Je länger ihr wartet, desto größer wird die Gefahr. Die Quest wollte ich eigentlich nicht triggern, aber... Leid wachsam. Der Jarl spricht recht. Ist auch eine Quest, die wir noch brauchen. Von daher go go. Krass, wie schnell die Leer gelöscht sind, die... Ja. Wir werden dann gleich wieder versuchen, mit Feuer zu kämpfen. Mann! So. Ich werde das auch nie lernen, bin ich ehrlich. Ja, das ist wahrscheinlich die letzten... Die fünf Quest, die wir haben, sind wieder Random Quest. Die wir uns alle wahrscheinlich bei Gunn mal abholen dürfen. Ein Jarl. Aber zu berichten. Nicht schlafen legen. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr aussieht. Ey. Habt ihr etwa vor, alles niederzubrennen? Verdammter Dummkopf! Seine Gefahr! Das ist eine kühle Behauptung. Ich brauche Beweise, um euch Glauben schenken zu können. Behelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Der sollte in der Papier gewesen sein. Der sollte sich am Hof des Jahres als Berater zu Gast ausgibt. Gut, dann sneak ich hier mal ein bisschen rum oder frag mich mal. Es liegt keine Ehre darin, Bedienste deines Jahres zu sein. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Und wieder mal ein schöner Tag... Sprecht, Elf. Ja, du bist es. Ja, bitte? Ein Ratgeber zu Besuch. Ja, das ist ja... Anweisungen hat er dabei. Hm? Danke. Ich hätte jetzt warten können, bis er schlafen geht, aber nee. Haltet euch eine Weile in Dämmerstern auf. Infiltriert den Hof von Skalde. Wenn möglich, meine Politinial vorsichtig, sodass unseren Interessen gedient ist. Falls das unmöglich ist, ladet ihn oder ein Mitglied vom Hof von seiner Familie ein... Moment mal. Ladet ihn oder ein Mitglied vom Hof von seiner zur Familie ein. Lass dich einfach mal so stehen. Es ist viel einfacher, jene in unserem Sinne zu lenken. Den Durst nach Blut. Schäfchen, ich hab da was. Hier, Vampir. Nun, ich verlasse mich darauf, dass ihr euch um diesen ungewöhnlichen Gastkappern werdet. Meine Wachen werden euch nicht daran hindern, meine Strafe zu vollstrecken. Freut mich. Ist zum nächsten Mal. Meine Leute... Und Chef. Ihr hört mir. Ja! Immer kurz, oh! 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 Heck. Geheiligter Eisendeutsch. Ah ja. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich brauche da auch einen Stab mit Feuer eigentlich. Guck mal kurz zu Hause vorbei, ob ich vielleicht da einen Stab mit Feuer rumfliegen habe. Der sich vielleicht nicht aufbraucht. Das wäre awesome. Nein. Warte mal, das hier war doch meine Waffentruhe. Äh, Stab? Ja. Ja. Kann ich nach Wert sortieren? Ah ja. Stab des Eisspeers. Irak, Stab, verteilt Winde, Tetanien, wurden die Gegner. Nehmen es Rückschluss und Vergiftung. Feuerwand. Guck mal. Sachen Priest. Den kann man mitnehmen. 50 Punkte Feuerschaden. Blitz. Also ich will schon Feuer, weil darauf hat man am meisten geskillt. Dann jetzt den allein zusätzlichen Stab, der Feuer. Nehme den mit. Glaub ich nochmal sogar. Äh, was war der Drachenpriesterstab? Der macht Feuer, den nehme ich mit. Und von 60 Sekunden fühlt es einen Seelenstein. Feuer, Atron. N 30 Schadenspunkte. Man bringt es nicht wirklich, das ist nicht so viel. Nehmen wir ja schon. Okay, wir haben ein paar Sterbe dabei. Gut, erstmal. Nehme, da habe ich auch noch Feuer, was ich eigentlich so skillen möchte. Damit wir irgendwann halt nur noch mit dem Feuer in der Hand kämpfen können. Stab mit dem Stab. Wo ich nie, also ich glaube nicht, dass das jemals so viel Damage machen wird, dass sich das irgendwie lohnt. Man muss das halt erstmal jetzt durchskillen, irgendwie. Aber wir erstatten erstmal Bericht. Erstatten Bericht. Ja, die ist halt wieder oben. Ja, scheiße, ich muss die Treppe wieder finden. Äh, pass auf, die war rechts durch. Direkt nach rechts abbiegen und dann nach vorne erst. Israel hat aber nicht zufällig noch einen Stein von Barenziel rumfliegen, oder? Ich meine, ich habe ja safe schon gelootet. Der hübsches Zuhause hier oben. Leider aufwecken. Ja, 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 hab den Vampir vernichtet. Vielleicht werden sie die Bedrohung durch die Vampire jetzt ein wenig ernster nehmen. Was? Wie kann ich helfen? Sprecht mit Florenzius. Er hat etwas für euch. Werde ich jetzt durch die Gegend geschickt hier? Bleibt wachsam. Spreche ich mich jetzt einfach mal ein bisschen hier rund. Gahl spricht recht. Haben wir abgeschlossen. Auf zu Florenzius. Der klingt wie ein Zauberer. Das ist kein Zauberer. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Akai war sich nicht so sicher unter uns. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ihr es schaffen würdet. Äh. Aber ich hatte keine Zweifel. Ich will da hinlegen. Ich will mit dir reden. Hallo. Akai sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Aber ich weiß nicht. Irgendetwas an diesem Ort ist seltsam. Was? Nein. 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 Ja. Verstehe. Also gut. Gut. Ich richte mich hier ein und dann werden Akai und ich uns um die Sache kümmern. Macht euch keine Sorgen. Worum geht's? Oh, wie der Herrscher kann er mich unterrichten. Eine gute Sache. Akai gefällt dir. Ja, da gebe ich mal Kohle aus. Deshalb helfe ich euch gerne weiter. Darf ich schon wieder nicht? Warum darf ich das nicht? Ich hab bei ihm noch nicht einmal gelevelt. In dieser Stufe trainiert. Nein, ich hab in dieser Stufe noch nicht trainiert. Oh, ich habe einige Dinge gelesen und noch einige mehr gehört. Auch Akai hat mir etwas erzählt. Sie möchten euch glauben machen, dass sie eine ausgesprochen edle Gruppe waren, stets das ehrbare Taten und Leben retteten. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Denn es war eine Geheimorganisation, keiner war für Hauseinbrüche oder Diebstähle verantwortlich. Ich habe von nächtlichen Überfällen und Plünderungen gehört, dass sie die Beute irgendwo versteckt haben, geschützt mit ihrem Siegel. Akai sagt mir, dass der Zauber Sonnenfeuer diese Verstecke öffnen kann. Aber ich habe noch nie eins gefunden. Ich glaube fast, dass er mich anlügt. Ja, wir reden sofort weiter. Also du bist so ein bisschen Akai-Fanat, kann das sein? Wie kann ich dir helfen? Ich habe in einigen Wälzern gelesen, die ich hier in der Festung gefunden habe. Bitte keine Quests, die ich schon habe. Das sind erst drei. Es scheint, dass eine frühere Spielart der Dämmerwacht einstmals über einigen. Verlorenes Relikt. Hab ich nicht als Quest? Steht hier nicht drin? Verlöne. Verlöne. Okay. Ähm. Hey. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich hab die Quest nicht. Oh, sie stand hier vielleicht mal drin, wo ich die Leerzeile habe. Ich hab hier eine Leerzeile, warum auch immer mittendrin. Aber da hab ich auch eine. Ne, hab ich nicht. Ein mächtiger Kriegshaber, dessen große Magie Schutzrunen auf dem Boden erscheinen lässt, um die Feinde des Besitzers auszulöschen. Hm. Klingt sehr nützlich. Wie bitte, oh Herr. Nun, soll ich es ihm verraten? Akai sagt Banditen. Oder wartet? Nein, er sagt Banditen. Nichts, womit ihr nicht klarkommen würdet. Wahrscheinlich Vampirbanditen. Okay. Geht mit dem Licht. Ohne das Relikt. Keine Ahnung. Warum ist sich festlich markiert? Bring der Dämmerwachtruhenhammer aus blutskalten Hügelgrab in deinem Besitz. Du hast es nicht markiert. Okay. Wo ist das blutskalten Hügelgrab? Gutskaldenhügelgrab. Kreises. Oh, man macht das gerade durch die Mine von Rabenfels. Ah. Ja, dann einmal rüber da. Deswegen habe ich auch keine Questmarkierung. Auf Auf nach Solstheim. Jetzt machen wir den Stab noch leer. Dann gucken wir, wie viel Damage er dann macht, wenn der leer ist. Wahrscheinlich Zero. Und selber Stab zu verzaubern, der dick ist. Ja, geil, wenn der irgendwie Lifestyle hätte oder sowas. Also in dem Fall dann halt Aufladungsstil. Ah, ich kann ihn nicht mehr benutzen. Cool. Dann gib mir jetzt mal, weiß ich nicht. Gehen da. Also da muss ich dann mit Range arbeiten, ja? Aber nicht Spam. Ich muss tatsächlich nach und nach immer klicken. Ja, macht aber auch Damage. Aber der ist vielleicht auch schon leer. Ja, macht das. Ja. Ich glaube, das macht halt kein Damage, ne? Es macht halt einfach kein Damage. Ja. 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 Ich glaube, das ist aber noch die Feuerwand. Ich überlege gerade, das vielleicht sein zu lassen mit der Magie und das vielleicht nur für die hinterfesten Kacke zu spielen, weil das macht halt irgendwie nicht so sonderlich viel Sinn. Das macht halt einfach kein Damage. Das hat man von Anfang an leveln sollen. Oh, da müssen wir rein. Okay. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier keine Tour oder sowas. Au. Oh, bekritzelte Notiz. Hört mal, Merrin. Ich bestreite nicht, dass diese Türme auseinanderfallen. Aber ich glaube, dass ihr mit euren Sprüchen von herunterfallenden Balken übert... Jupp. Da wurde er wohl von dem Balken getroffen, der Kack. Und rein. In die gute Stube. Was war das? Alter. Es ist halt null Damage, ne? Nee, es macht halt einfach kein Damage. Wie viel Damage macht der Dolch im Vergleich dazu? Läuft nicht mehr Damage, ne? Ja, ich glaube, wir lassen das mit der Magie. Da dauer ich mir lieber wieder einen dicken Einhänder und ein Schild. Erstmal gerade in die rechte Hand Kerzenschein reinmachen, damit wir unten auch was sehen. Dann vielleicht finde ich ja noch irgendeine Verzauberung, die hilft oder so. Mein Limmel wird gerade nochmal einhändig, wie ein Blöder. Hä? Da. Ich mach kein Damage mehr, ne? Überhaupt nicht. Boah. Ah, Kick. Ah, ich könnte hier in die zweite Hand aber Heilung nehmen. Wenn wir uns zumindest das nehmen, bei ein bisschen skillen. Oh, Dunkel. Okay. Ja, mal Wachtruhen haben wir. Gegenangriff platzieren eine Huhn auf einer Oberfläche in der Nähe, die explodiert, wenn sich Feinde nähern, ihnen dabei 50 Punkte Feuerschein hinzufügen. Guck mal, das lädt sich aber nicht ab. Das wird voll. Oh, das war das Ding, das war ja genau die Piratengeschichte. Gib mir den Hammer mal, wo ist der? Hammer habe ich, glaube ich, auch noch nie gekämpft. Noch tiefer theoretisch rein. Ja, könnten wir, aber können wir auch sein lassen, ne? Weil die Gild... Doch, die Gilda ist abgeschlossen. Ne, ich will die nicht noch tiefer rein. Wir werden ja safe nochmal rein müssen. Hier komplette, das komplette Dungeon zu looten. Und er hat mich da vielleicht ganz am Anfang gefunden haben, gerade. Ich hätte das Ding aber leider nicht behalten dürfen. Gehe ich mal stark von aus. Dein Feuerschaden müsste mich eigentlich Feuerskillen lassen, ne? Und da das halt unbegrenzt ist und sich nicht entlädt, würde ich das ganz gerne behalten. Bitte sagt mich, ich kann den behalten. Einst habe ich 30 Vampire mit meinen bloßen Händen umgebracht. Ich habe was. Gut gemacht. Ich wusste, dass ihr erfolgreich sein werdet. Auch wenn Arkay sich da nicht so sicher war, trage das Artefakt mit großer Tapferkeit. Okay, okay. Darf ich behalten? Danke. Wir werden uns bald widersprechen. Verlorenes Relikt markiere ich dann mal als gespielt. Versuche trotzdem nach wie vor noch einen Tiefschlag zu triggern. Und dazu muss ich immer noch mit Gunmar reden. Wir werden wahrscheinlich schicken, die mich alle dann durch die Gegend. Helfen. Präventivschlag. Dankeschön. Fingfollika, Meistervampir in Orphal. Wir hatten die Quest anscheinend schon mal gemacht, ne? Weil ein weiterer... So, wo führt uns unser Weg hin? Präventivschlag. Hier hinein. Nein, in die gute Stube. Das Sound stimmt halt überhaupt nicht. Der Hammer ist schon wieder verpackt, ein bisschen. Ah, jetzt geht's besser. Wer macht jetzt Feuerschaden? Oder irgendwie... Weiß ich nicht. Gegenangriffe... Ach, Gegenangriffe. Ey. Wie denn Gegenangriffe? So doof dafür? Kräft er die ganze Zeit an? Hier eine Rune auf der Oberfläche. Nee, jetzt müssen wir sich Feuerschaden nähern und ihnen dabei 50 Feuerschaden hinzufügen. Also wenn ich blocke oder wie? Gegenangriff. Ich mach die ganze Zeit Gegenangriffe. Alter, ich krieg wieder über viel Damage. What the hell? Irgendwas ist da wieder, was total blöden Damage macht. Ach du bist. Ah, schnell einmal vollheilen. Nein, ich tränke mehr. Das ist schlecht, ich werd hier drauf gehen. Ja, ich werd hier sowas von drauf gehen. Ja, den einen hab ich noch. Kann man noch regenerieren. Kann ich halt kein Damage machen. Mach halt kein Damage. Okay. Ich hätte mich natürlich durchheilen können. Oh, geil. Oh, geil. Einkolbenetikette. What the fuck? Was denn das für ein Buch? Ah, er ist natürlich logischerweise nur der Ascherhaufen. Klar. Da lebt noch irgendwer. Ah, hi. Warte mal schnell in der Stufe aufsteigen. Können wir Magiker gerade leveln. Magiker kann man immer weiter leveln, jetzt solange wir aufsteigen. Können wir da auch mal ein bisschen höher werden, weil zur winterfesten Storyline sollten wir im Idealfall auch ein bisschen Magie benutzen. Auch wenn's halt einfach kein Damage macht. Die Tür ist zu, Madame. Verragende Zerstörung. Aber wir müssen halt mal gucken, dass wir vielleicht auch mal dick auf Magie verzaubern können. Dass wir das dann vielleicht nutzen können, dass es dann so in etwa Damage macht, dass man es verwenden kann. Und halt einen Stab bekommen, der am besten keine Aufladung braucht. Und vor der nächsten Mal gehen wir nach Hause vorbei und holen uns nur ordentliche Einhänder. Könnt euch vorstellen, eine Welt ohne Sonne? Wir wären alle verloren. Menschen wie wir hier. Hübscher Kleiner auch nicht wahr? Fertig. Hervorragend. Eine Bestie Sandbrut weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Sehr schön, Hammer. Hammer. So, die nächste Mission. Mh. Fingerbier bei Florentus. So einen guten Cake von gerade eben. Wo ist er? Wo ist er? Fakt er nicht auch da in dem Bit? Oder normalerweise pennt er doch da, oder nicht? Hier pennt er normalerweise. Florentus, mein guter Freund, wo du bist du? Ah, du bist du. So, Freund hier aus. Ich bin mit meinen bloßen Händen umgebracht. Sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Okay. Darf ich jetzt bei dir wieder Herstellung skillen? Weil ich bin ja jetzt zur Stufe gestiegen. Akei gefällt diese Idee. Deshalb helfe ich euch gerne weiter. Aber nicht. Darf ich tatsächlich. Cool. Okay. Aber bestimmt war noch irgendwem irgendwas. Das war Schütze. Das darf ich jetzt bei mir nicht skillen, obwohl ich gerade eine Stufe gestiegen bin. Na gut, Schmiedekunst werde ich nicht skillen können, weil wir da max. wer wir sind. Wie? Ich kann helfen. Ich will... Also schön, hört zu. Euch und uns von der Dämmerwacht wird er nichts tun. Aber für andere kann ich nicht garantieren. Und bedenkt auch dies. Er ist kein Haustier. Wenn ihr ihn schlecht behandelt oder zugänglich einlasst, verlässt euch und vergisst, dass es euch überhaupt... Ich hab mich nur verklickt. Nun denn, passt gut auf ihn auf. Ich hab einen toll gekauft. Wünscher kleiner Ort, nicht wahr? Ich habe den Aufenthaltsort eines Vampirs... Ja, Steckspiel. Ist nicht die Quest, die ich wollte, aber okay. Spürt ihn auf und erledigt ihn. Aber das hat man gerade eben, oder nicht? Die Gesetzeshüter sind sich der Gefahr nicht bewusst und werden euch wie einen Verbrecher behandeln, wenn sie euch erwischen. Ich will das Licht mit euch sein. Ne, Verstückspiel hat man noch nicht. Okay. Ah ne, das kann eben wahr. Ein Jarl spricht Recht. Richtig. Entschuldigung. Wurste rein. Oh, vergesst das nicht. Leute, mir wartet, verschwindet. Oh, komm mal mit, mein Freund. Haben wir das auch mal gemacht. Der kommt aber jetzt mit, oder? Der wird nicht da? Nein, wenn nicht, dann ist mir auch egal. Kann auch da bleiben. Ah ne, der ist hier. Cool. Äh, wo geht's hin? Wieder nach Solstheim? Echt jetzt? Wo hab ich nach Falkenring geschickt? Ah, okay. Ah ja, da. Ja, ja. Laber mal weiter. Oh, mit dem muss ich reden. Hallo? Ja. Ein Ratgeber zu Besuch. Hm? Muss ich dich einfach nur abschlachten, oder? Ja. Ah, diskret muss ich ihn töten? Okay. Oh, Drache. Okay, wir müssen erst den Drachen töten, obwohl ich kein Damage mache. Oh, das wird anstrengend. Verehrter Drache, Moment mal. Ich hol den einfach von Himmel, den Keck. Besten Gestalt kann ich mal entbinden. Dafür kann ich mal... Das war wilden Beugen, ne? Sogar Drachen. Wir drehen mal grad ne Runde. Drachenreiter, jawoll. Wir haben 5 Drachen gezähmt gereitet. Nein, das heißt, ich habe jetzt keine Strachen komplett ignorierend. Sympathisch. Ich würde ganz gerne landen. Perfekt, mein Freund. Der sieht cool aus. Du bist kein Feind mehr, also darf ich warten? Perfekt. Bitte sei weg. Jetzt feiten die den Treuer. Ja, komm, dann bring den um. Der tankt aber nicht so viel, aber gut. Great. Drachen ist immer noch hier. Und auch wieder feindlich gesinnt. Und auch wieder feindlich gesinnt. Oh, dieses Spiel bringt mich noch ins Grab. Ich laufe einfach so weit weg. Ich kann bei der Weh nicht laufen. War doch jetzt. Bitte ignoriere mich und feite die Typen in der Stadt. Warten wir ein paar Stunden und dann ist gut. Bist du weg? Ja, bitte sei weg. Warte, bitte sei weg, weg. Ich darf aber warten, anscheinend. Die Zielperson hat sich aber hier reingemacht. Also, wir lassen die einfach mal machen, da. Guten Tag, hallo die Dame. Ah, mein Freund. Wieso blitzig ich eigentlich so derbe durch die Gegend gerade? Ähm, Bruder, mach mal. Nee, nee, nee. Diskret. Auf Wiedersehen. Keiner mitbekommen, dass er da rumgebrüllt hat. Und schnell weg. Geht nicht. Sehr schön. Dann laufen wir erstmal wieder ein Stück. Aufneidrache fliegt nicht mit daher, so ein Fall, der würde die Stadtwache. Sehr schön. Versteckspiel war einfach so ein Keck, den man hätte, den man töten muss. Hi. Erledigt. Sehr gut. Ein Monster weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Aber wo er herkam, gibt es noch jede Menge andere. Ja, aber vorher triggern wir natürlich die anderen Quests. Und nicht jetzt fünfmal die Quests, bevor ich wieder irgendwas anderes mache. So, Versteckspiel wollte ich natürlich eigentlich nicht haben, aber ist auch schön. Könnt ihr helfen. Okay. Was geht? Die Rettung. Die Rettung. Blöte Vampirmeister. Machen wir. Ich gehe erst nach Hause. Wir müssen uns noch ordentliche Wach organisieren. Das geht so nicht. Machen wir wieder ein ordentliches... Ganz scheiße, wenn wir da loswerden, die sind komplett in den Arsch. Also ich glaube, für ein Magie-Spielstand... Für den Magie-Spielstand musst du das echt von Anfang an spielen. Zweihänder kann ich da weglegen. Den auch, weil ich checkte nicht, wie der funktioniert. Wo habe ich irgendwo bekommen? Die Stäbe. Das war ein Testgegenstände. Jetzt... Wollen wir mit dem Schwert kämpfen? Erdrische... Ne, schon einen Händler. Die Streitachse sieht geil aus, ne? Da habe ich keine Drachenstrah... Drachen-Axt... Drachen-Axt... Noch ein Schwert. Da. Kann ich mir eine Drachen-Axt machen? So raus. Damit bin ich schon wieder mit dem Schwert kämpfen, sondern vielleicht mal mit einer Axt. Nein, nicht an die Zimmerer-Werkbank. Null. Hier kann ich mir auch nichts Drachen-Mäßiges machen. Ah ne, der Tee war ja glaube ich nur zum Ding in Sinne. Quatsch, ich muss hier runter. Na ja, guck mal. Ah ne, die kann ich verbessern. Okay, ah lol, die kann ich auch verbessern. Cool. Werfen. Was könnte man denn nochmal herstellen? Also das Drachenknochen quasi Zeug herstellen. Was denn nochmal? Äh... Äh... Krieg ich auch das nochmal... Äh... ... ... ... ... ... ... ... bergbänken rüstung herstellung muss ich das zeug dafür erst dabei haben bevor ich das herstelle ich nicht mehr wie das geht aber kann ja nicht so schwer gewesen sein eigentlich wenn hier unten konnte ich jetzt nur verbessern ja hier kann ich nur verbessern das zeug was ich dabei habe was statt da oben rechts was zum schmieden da ging ich schon zu verbessern aus nee ich will ja nicht verbessern aber auch nicht an der schmelz hätte das quatsch kann ich nur verbessern aber wo mache ich die rüstung bin ich jetzt komplett verblödet ich bin jetzt komplett verblödet ich bin jetzt komplett verblödet verschwinden aber ich kann nicht so verbessern nutzen ja nee aber ich will ja nicht verbessern Die Schmiede lassen sich herstellen und an den Schleifsteinen und Werkbänken können. Habe ich einfach keine Schmiede hier als ob? Ultra verwirrt gerade. Wie doof muss man bitte sein? Muss ich echt zu einer Schmiede dafür? Normalerweise konnte ich das doch von zu Hause aus machen. Hm? Guten Morgen. Hey lol, stimmt. Aber ich kann kein Drachenzeug machen. Oh lol, habe ich das gerade vielleicht nicht geskillt? Kann das sein? Dass ich das auf den Gendee gemacht habe? Ah. Ich erkenne das Problem. Äh, gut. Also keine... ...sondern Waffen, sondern die Waffen, die wir schon hier haben. Habe ich denn vielleicht noch irgendeine nette Waffe da rumliegen, die sich nicht entlädt und vielleicht einen geilen Effekt hätte, den man verbessern kann? Die entladen sich alle, ne? Ach, nicht alle. Energiestoß frei. Nach mächtigen Angriff. Ne, das mit dem Entladen ist halt Schmutz, der ist halt da zwei Angriffen leer. Das klingt... Die Lebensesamt seiner Feinde. Ne, ne, wir nehmen einfach wieder die Drachen-Dingens mit, die macht am meisten Damage, das Drachenknochenschwert, jo. Oh, 46 ist nicht so viel. Vielleicht gibt's dann... Das ist halt auch schon verbessert, ne? Das ist halt auch schon auf legendär. Äh, hab ich hier... Ne, Damage kann ich nicht sortieren. Aber nach Typ theoretisch. Warum sind die Amulette drin? Bogen ist Quatsch. Deutsch will ich nicht. Krieg-Sax, das sind... Ein und zwei Händer, ne? 20er. Können die eben Erzkrieg-Sax mal mitnehmen. Können die eben Erzkrieg-Sax mal mitnehmen. Können die mal versuchen zu verzaubern. 20er hat auch, glaub ich, die E-Mails, Krieg-Sax, ne? Da sind immer Zweihänder, Pfeile, Squatsch, Schwerter. Das Drachenknochenschwert nehm ich mit, um das gleich als Vergleich zu haben. Können die Holzschwerter zuschlagen gehen. An sich leider alle. Sonst würden wir uns gegen Untote. Weil's Silber ist. Wohin, hier war das, war doch Stein, also Salz, eigentlich. Der war so ein Bullshit. So, Streitachs sind Zweihände. Das ist auch Bullshit. Streitkolben sind keine Zweihände. 24 macht noch mehr Damage, der Drischer Streitkolben. Kulakbar. Okay, lass mich mal gerade checken. Ich will mal gerade die Versuchung zu verbessern. Äh, Eben-Erz werde ich dafür brauchen. Habe ich draußen in der Truhe. Wenn draußen noch was ist. Eben-Erz. Glaub ich, ich brauche nur einen Warn, um es zu verbessern. Äh, verbessern ging dann an dem Schleifstein. Hier, macht nur zwei besser? Ah ne, fein. Es geht noch besser, theoretisch. Okay, ich brauche noch mehr. Guck mal alle. Radet ja nicht. So. Ah, Leute, ich kann die nicht weiter hoch machen. Ja, okay. Das ist einfach schön, was wir hier gerade machen. Weil ich den Spiele-Skill nicht hoch genug habe, nachdem wir den auf Legendae gemacht haben. Ja, dann muss ich das vielleicht auch auf Streamer machen, den nochmal hochjagen, wie bekloppt. Verschwert den bei Heilung, um uns ein bisschen hochzuhielen. Dann ist das gut. So. Äh, wo ging's hin? Rettung. Rettung. Töte Vampir-Meister. Jetzt gerade jagen wir nur unseren Level tatsächlich nach Meppen-Süd hoch. Festung Dämmerlicht. Zwei Quests? Töte und töte Vampir-Meister. Okay. Ja klar, mein Schmiederskill ist viel zu niedrig. Zwei auswählen. Zwei auswählen. Zwei wegen dir da oben. Oh ja nicht. ... Da ist noch wer. Come Feuer drauf undusto. 50 E paus? Damalsvorsitz so schnell Okay, nice. Und mal rein in die gute Stube. Da waren wir aber auch schon mal drin. Ach doch, auf dem Level zu kommen, die Dashes. Ich hab einer einfach gar nicht gewehrt. Hab ja gar keinen Bock drauf. Oh, das Ding hier ist sneaky durchzuziehen. Aber ab zum Boxen einer nach dem anderen. Oh, hat er gut funktioniert. Aufstehen bitte. Oh, beim Teammeister. Zack. So, und wo ist jetzt Rette-Missel-Kunterbund? Ey, wenn Sadri der Name sagt mir aber auch was. Äh, kann ich das einfach knacken? Oh, ich hab einen Schuss so gut. Mein Schatz. Ich wusste, dass ihr nach mir suchen würdet. Ich wusste es einfach. Warum sagt er mir was? Warum nimmt er mich mein Schatz? Macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut. Okay. Können wir gehen? Ist der nicht in Windhelm oder so? Lebt der nicht da in einem grauen Bezirk? Hat der nicht da seinen Laden oder sowas? Ist das nicht der Typ? Wobei ich das zumindest zu glauben bin. Ja. Eh, whatever. Das ist abgeschlossen. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. berichtet. Wir werden uns bald widersprechen. Auch Rettung haben. Läuft schon wieder viel zu rund. Die letzte Quest werden wir wieder nicht spielen können, weil wir alle anderen Quests davor noch mal gespielt haben. Rund mal auf zu Rund mal auf zu Rund mal auf zu Rund mal. Entschuldigung. Immer wenn ich reintappe. Ihr braucht etwas? Kann ich bei euch noch skillen? Geht es euch gut? Es sind nicht viele von uns hier. Du hast eine Quest. Ich kann mich eigentlich nicht überraschen. Aber diejenigen, die hier sind, haben wie jeder andere auch die Pflicht, Himmelsrand zu beschützen. Meint ihr nicht? Ja. Also, die hat doch keine Quest. Es war mir ein Vergnügen. Hm? Guten Morgen. Freunde wie ihr sind schwer zu finden. Und ich schätze sie sehr. Ich will mal in den Rund mal. Im Augenblick ist es in Ordnung, aber wir können uns nicht ewig verschanzen. Ich kann's dir helfen. Ich habe ein Vampirversteck entdeckt. Einigendes Licht. Normalerweise reicht es, den Vampirmeister zu vernichten, um seine Scherben zu vertreiben. Aber es ist am besten, sie allesamt auszurotten. Kämpf tapfer, Freund. Perfekt. Geht mir auch noch. Ja, ja. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Immer wieder mal so ein bisschen ankratzen, die Boys. Oh, eine Quest hiervon ist auf hinter Avax-Schädel. Wir haben Avax-Schädel. Äh, da lang. Guck mal, ein neues Dungeon. Scheint. Entdecken nochmal was Neues. Das ist ja... Ja, ist gut. Generell noch einige Orte, die wir nicht entdeckt haben. Hier wird noch ein bisschen dauern, bis wir alles erkundet haben. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Oh, ich scherbe gerade. Es reicht wohl nicht, oder? Runter! Wie dumm von euch, gegen mich zu kämpfen. Wieso kassiere ich denn auch so krass Rüstung? Das haben wir doch gar nicht umgeskillt. Warum kriege ich denn so auf die Schnauze so gerbe? Oh, du bist nicht mal Half-Life. Kommst du jetzt her? So, zack! Ist nichts mehr mit ergeben, Nick. So, wo muss ich hin? Da lang. Und gegengiften ist natürlich sehr nett. Sollte ich mich mit der Suppe infizieren. Was war das? Jetzt gehört ihr mir. Geh drin! Die Götter, verdammt! Die Götter, verdammt! Die Götter! Ah! Die Götter! Und? Gefällt euch denn? Ja, jetzt ist es langsam gut, ne? So gute Dame. Die tankt halt mehr als er. Und er war der Meister. Jetzt kommen wir jetzt gerade in das Einhändige noch ein paar Fähigkeitspunkte rein. Zweihand. Zweihand. Streitkolben... Wärter. Das merkst du nicht. Aber... Den machen wir nicht. Das war, glaube ich, das Böse. Im Sprint diesen Angriff. Das ist, glaube ich, der, der alles backt. So, dann haben wir es ja auch schon wieder, ne? Können wir auch tatsächlich schon wieder gehen. Kommt unten, das war es auch. Denn dann können wir wieder gehen. Und dann beim nächsten Mal müssen wir mal gucken. Ich muss halt mal schauen, wie ich mir die Spielstände hole, damit wir noch einen... Man könnte einen neuen Spielstand anfangen, aber dann hat man halt auch wieder alle Fähigkeiten auf Null. Das ist halt auch Abfuck. Ob ich mir ein Savegame irgendwie holen kann oder so. Weil man halt die anderen Wege ausspielen kann, wie sich zum Beispiel den Kaiserlichen anschließen. Erledigt. Obwohl ich befürchte, dass da, wo er herkam, noch mehr sein wird. Wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Kämpf tapfer, Freund. So, reinigendes Licht haben wir. War immer noch Monsterjagd. Mal. Monsterjagd, perfekt. Und wenn ich auch den genauen Aufenthaltsort nicht kenne, so gibt es jemanden, der ihn kennt. Besucht die letzte bekannte Kontaktperson der Bestie. Unternehmt alles Notwendige, um herauszufinden, wo sie sich versteckt hält. Danach spürt das Monster auf und vernichtet es. Okay. Kämpf tapfer, Freund. So. Erstmal markieren. Markiert sich ja nicht mehr von alleine. Wohin geht's? Dazu muss ich John Kampfgeboren aber fragen. Den letzten Kontakt zu weiß oder Haus Kampf. Haus von Klankampfgeboren. Aber Klankampfgeboren nochmal. War das Weißlauf? Das war Weißlauf. Kann den Kekopper fragen. Muss da nicht rumsleißen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Hä? Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen. Nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Mium, danke. Meinen, das ist das Ding? Den habe ich ja schon gelesen. Da macht er noch aus Turms ein Haus Hellschaden. Habt ihr für aufregend gefolgt. Euer Freund. Das sind einfach immer weiter Quests, die mir gegeben werden. Ich denke, der Aussichtspunkt des abgeschnittenen so und so. Ah, nee. Okay. Das war's einfach Quests, damit ich die Punkte nach und nach entdecke. Kann ich mir vorstellen. Ach, moin, Chef. Was wollt ihr? Wisst ihr, was mit Himmelswand heutzutage nicht stimmt? Such ein Vampir, Jon. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Reden. Aha. Hier. Bitte sehr. Dieser Brief war die letzte Nachricht, die ich von ihm erhalten habe. Und darin steht auch, wo er ist. Und jetzt. Lasst mich in Ruhe. Gut. Nein, hab ich nicht. Du hast schon. Brief des Vampir. Lieber Jon Kampfgeborener. Ich weiß nicht, wie ich eure Güte zurückzahlen kann. Ausgleich, indem ich Abstand halte. Und keine ungewollte Aufmerksamkeit oder Gefahr auf euch zu lenken. Wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzen möchtet, kommt mal Steinbach hin. Nein, hab ich nicht immer noch. Steinbach-Höhle. Steinbach-Höhle. Ah lol, die Höhle war das. Mensch. Ich erinnere mich, hier sind wir auch Ewigkeiten durch die Gegend gegurkt. In irgendeiner Quest, die nicht ganz funktioniert hat, glaube ich. Ich erinnere mich. Äh, hä, hä. Ist da jemand? Äh, hä. Äh! Äh! Äh, äh! Äh, äh, äh! Äh! Äh, äh! Äh! Äh, äh! 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 Ach so, einer nach dem anderen. Danke für dein Gold. Danke für dein restliches Gold. Dein Gold und für den Dietrich. Und shut. Da sind sogar zwei dabei. Wenn wir mit Dietrich ja überhaupt Banditen ausrauben, weil wir konnten ja mittlerweile auch bei der Diebeskilde kaufen, von daher. Easy. Easy Game. Nach freigelehrten Tieren beginnt der Ork zu stieren und sagt dem Elf leb wohl. Wo ich den Dietrich halten muss. Ach komm, echt jetzt? Danke. Ich kann irgendwo verpassen. Ich muss hier hoch. Wo ich gerade eben schon war, anscheinend. Ah, lol, hier. Da ist aber auch gesteckt. Boah, mach's gut. Zack. Oh. Da werden Dingspumps. Soll ich dich mitnehmen lassen. Haben die hier Vampire gefangen gehalten, sondern... Ne. Richtig. Dings. Versteckt. So, dann einmal raus. Dann haben wir nur diese zwei Nebenquests da. Was noch zu finden gilt. Die eine müssen wir wahrscheinlich nur abgeben, weil Abagsschädel haben wir schon. Das ist mir zumindest, glaube ich. Nein, ich erinnere mich an Abagsschädel. War das nicht, äh... Das Pferd in... Ähm... Hier hab ich gerade anscheinend nichts dabei. Weiß ich, das Pferd in dem... Ach, wo wir mit Serana waren? Wo wir ihre Mutter getroffen haben, da in dieser Zwischenwelt, oder was das war? Könnt ihr es euch vorstellen, eine ohne Sonne... Abagsschädel haben wir auf jeden Fall. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Die Erinnerungen lassen das Biest vergessen, in das sich die Liebsten langsam verwandeln. Unsere Barmherzigkeit verpflichtet uns dazu, es zu vernichten. Okay. Passt auf euch auf. So, damit haben wir die Dämmerwacht-Quests. Und der Abagssch... Seelengrab hieß das Ding, genau. Das Ding ist, Abagsschädel habe ich. Habe ich dann die Quest automatisch? Also ich hab Abagsschädel zu Hause. Und der Abagsschädel habe ich. Bösscher, Abagsschädel. Habe ich. Ich sehe jetzt nicht, dass das hier eine Quest ist. Aber finde Abagsschädel, so heißt er auch. Das ist auch keine Quest. Ja, ich weiß nicht, wir haben Abagsschädel oder so. Ich meine, der Auftraggeber dafür saß auch im Seelengrab. Ich weiß nicht, dass das hier eine Quest ist. Ich weiß nicht, dass die Quest ist. die in der Sprache der Schneeelfen geschnitten wurden. Ob man diese nicht lesen kann. Ob man diese Bücher zahlen würden. Das sind die Falmer Bücher, die wir für Urag Großschub in der Winterfeste Akademie finden sollen. Das sind die vier Bücher, glaube ich. Im vergessenen Tal. Festgeber ist man selbst. Warte, das ist das Dingspro-Level, ne? Weg. Nein. Ich muss erstmal hier raus, um schnell reisen zu können. Ich könnte kurz noch gucken, welches dieser Bücher ich schon habe, tatsächlich. Das wollte ich auch eigentlich machen. Wahrscheinlich, äh, genau null. Äh, titelloses Buch heißen die. Öh, sieht nicht so aus. Leute, da steht ja schon, wo ich die finde. Habe ich jetzt, äh, nicht weit genug durchgelesen, ist zum Glück. Das wollen wir natürlich selber gucken. Ne. Normalerweise triggert das Ganze dann auch die Quest tatsächlich, weil man selbst ist der Questgeber, wenn man eins davon mitnimmt. Wir müssen nur grad gucken, wo das vergesstene Tal ist. Da ist es. Das war so eine Riesen-Area. War das nicht die Area mit den vielen Portalen und so? Ja, genau. Ja, wer dachte ich mir schon. Aber jetzt zählt das dann noch alles zu vergessenen Tal, oder ist es nur das hier? So. Möge Aureels Licht euch in euren Finstern. Genau, Aureel. Das war die Storyline hier. Also, dass ich die Bücher schon abgegeben habe. Dann hätten wir die Quests normalerweise auch schon gestartet und das wäre schon abgeschlossen. Ich finde es sehr schade, dass man die Nebenquests nicht, diese kleinen Quests nicht nachvollziehen kann, wie viele man davon schon gemacht hat. Wird angegriffen. So, lass die mal machen. Er soll erst mal rankommen, bevor er hier irgendetwas hier will. Hm. Hier sieht es nicht so aus, als würde ich hier irgendwo ein Buch... Hier ist schon das vergessene Tal, ja? Weil ich habe den Questmark halt da hinten immer noch, ne? Gucken wir mal auch noch hoch. Oh, schick. Sei schön. Na, guck mal. Spiegeloses Buchband 1. Quest triggert nicht. Ich kann trotzdem mal schnell noch alle vier sammeln. Anscheinend ist hier rum die richtige Richtung. Allerdings. All cool. Ja, pass auf. Das dauert mir jetzt schon zu lange hier. Äh, ist halt Boden hinter dem Eingang mit der Forst neben dem Skennett. Ja, genau. Zwei. An dem Ort, äh, zu dem man mit dem Smaragga ein Stück gelangt. Was? Jetzt hier wo? Ja, dann sieht's aus, das kann man da rein. Oh, wo komm ich denn mit dem Smaragga-Landstück rein? Das hilft mir nicht. Kommt man hier rein? Doch nicht. Ich dachte, dass der so auswirkt, ob man da reinkommen können. Hier können wir uns ja in der Mod-Hütte hinzimmern eigentlich, ey. Aber hier hinzukommen wird anstrengend sein, glaube ich. Weil du halt jedes Mal nur bis zum Anfang schnell reisen kannst. So. Wegschrein der Entschlossenheit. In der Version, Scheinens und Schluss ist Schwarzfahrforsage, Scheinens glanzlos. Können wir nicht. Nicht der hier, oder? Weil hier hinterliegt nichts. Achso, ich sollte das vielleicht mal lesen, das Buch, ne? Vielleicht triggert es dann die Quest. Haben wir nämlich noch nicht. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Okay, vielleicht auch ein Versuch was wert. Oh, der dicke See. Ach nee, ich will L. Ne, M. Dann so. Ja. Zum Streiten des Entschlusses ist da hinten. Hinten rein? Da ist eine Gletscher im Fallmer Dorf. Da fährt man auch noch ein. Könnt ihr euch unterm Eis durchtauchen? Cool. Weil mein Tauchhelm hätte ich ja an, ne? Da ist ein Jahr. Hinten rein. Vorbögen. Wegschrein, der entschloss halt im Falmergebiet. Letzte Falmerhütte. Da wäre ein Buch. Band 3. Wegschrein. Hier noch eine Leiche. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Buch in irgendeinem Busch liegen wird oder so. Wo man es überhaupt nicht erkennt. So, guten Tag. Der Leere. So, komm. Ganzes. Ein Wegschrein, der entschlossen hat. So. Was machen? Okay, spielt keine Rolle. Und die Portale sind ein bisschen buggy. Weil hier sind wir. Und jetzt hast du vielleicht die Gletscherspalte im Falmerdorf? Mal die Falmerhütten an. Mal die Falmerhütten an. als ich lesen konnte, was ich mitgenommen habe. Aber das hier würde ich als Falmerdorf identifizieren. Was meinst du? Und jetzt? Ja, das ist das Safety Gletscherspalte, oder? 100%. Da komme ich jetzt eher nach da oben. Relativ. Ich laufe mal weiter, Judo. Ich wollte gerade schon sagen, ich bin froh, dass uns hier keine Gegner erwarten. Da geht es rein, Gletscherspalte. Nach dem Verlassen der Gletscherspalte im Falmerdorf, der große... Moment mal, nach, also muss ich einmal erst durch? Eigentlich muss ich einmal erst durch, ne? Was ist das denn mit dem Smaratka-Landstück? Das waren fünf Glanzstücken am schwierigsten zu finden. Und die beschreiben wir als wenigstens für... Auf dem Weg zur Oriensburg gelangt man irgendwann zum Eingang zur Gletscherspalte. Da sind wir. Wendet man seinen Blick weg vom Eingang, so sieht man ein Falmerlager, das in die Hänge gebaut ist. Man muss den Weg ganz nach oben folgen, um zu einem Ort zu gelangen, wo der Eisrieser auf euch wartet. Am Einstieg ganz unten findet sich übrigens die Hütte, wo man... Okay, dann hier. Also vor. Vor wäre hier. Hier werde ich hoch müssen, wahrscheinlich, ne? Wo ist die Hütte? Oder wahrscheinlich erst oben und dann finde ich da Titelbuch. Einstieg ganz unten. Oder da unten. An der Falmerhütte. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wo ich hier rumlaufe. Bin ich ehrlich. Ach, guck mal da unten. Soll das ein Shortcut? Ne. Doch, das ist ein Shortcut, das hier. Okay, das hilft mir aber nicht weiter tatsächlich. Ah. Wir wollen irgendwann zum Eingang zur Gletscherspalte. Da würde man seinen Blick abfangen, so sieht man ein Falmerlager, das sind die Hänge gebaut. Das ist ja. Man muss dem Andrieten ganz nach oben folgen, um den... Was ist ein... ...meandrieten Weg? What the fuck? Was ist diese? Das ist einfach ein Shortcut, Lul. Moment mal, vielleicht kann ich mich hier irgendwo hinglitschen. Weiter. Guck mal, das sieht ja schon mal gut aus. Also ganz nach oben. Ich weiß, ich gehe jetzt möglichst weit nach oben, so habe ich das verstanden. Ich habe jetzt schon, dass ich hier immer weiter nach oben gehe. Möchte man vielleicht in die Häuser reingucken. Wo so ein Kackbruch rumliegt. Vollschädel. Kommt, Jungs, lass mich mal gerade in Ruhe. Macht den ganzen Arsch voll Damage, ne? Oder rennen wir nicht gerade theoretisch in die falsche Richtung, weil von hier hinten sind wir ja gekommen. Sollte im Idealfall nicht hier runterfallen. Eine Höhle. Verstand. Und das war's. Das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir halt actually gar nicht weiter. Ne, und hier geht's nur wieder nach unten und nicht nach oben. Ich finde die Questbeschreibung also in der Wiki wieder sehr schwierig. Moin moin. 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 Wenn du einmal gecheckt hast, wo du da hin musst, dann ist es wahrscheinlich deutlich einfacher. Ach, Jungs. Piss dich mal. So. Machen Abgang. Er hat doch nicht überlebt. Der ist nur sehr lange gefallen. Und da wartet ja irgendwie ein Eisriese oder sowas auf uns. Aber auch noch. Die Frage ist halt, was halt als Eingang gezählt wird. Denn der Eingang ist normalerweise vorne und wenn man halt nach Schnellreisepunkt kommt, müsste der Eingang halt da vorne sein. Aber da ist kein Weg nach oben. Dann muss ich auf die andere Seite der Gretcher-Spalte gehen. Vielleicht hilft mir das irgendwie weiter. Vielleicht kommen wir da ja weiter. Wir wollen jetzt wahrscheinlich komplett unnötig, weil die Quest halt einfach nicht... Also die Quest hat nicht getriggert, also werde ich die wahrscheinlich schon erledigt haben. Ich gehe da jetzt mal los. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin sollte. Ich weiß nicht, was das hier mit dem Smaraglandstück zu tun hat. Verlassen der Gretcher-Spalte im Falmer-Dorf, in der großen Hütte am Ende des Weges. An dem Ort, zu dem man mit dem Smaraglandstück gelandt. Ja, hey, what the fuck? Was ist das für eine Wegbeschreibung? Hat man alle Exemplare der Falmer-Bücher gesammelt, kann man aber bei Interesse anuhr halten. Falmer-Bücher hat dieses Bejaht da. Ja, die Quest habe ich ja schon. Zwei. Man findet im Fängern, dazu muss man das Landstücksockel reisen, zum Landstücksockel reisen und das Smaraglandstück einsetzen. Das Buch befindet sich bei einer Truhe. Wo zur Hölle komme ich zum Glanzstücksockel? Was zur Hölle ist ein Glanzstücksockel? Moment mal, das kann ich mir anzeigen lassen, da kann ich draufklicken. Ganzstücksockel. Ah, damit öffne ich die Portale, oder was? Okay. Oh, hoppla. Falscher Schrei. Wenn das im vergessene Teil war, der Landstücksockel reisen. Aber der Landstücksockel, das sind doch die Dinger, die hier bei sind, jeweils. Ja. Verstehe ich das. Leere, Schwarzfahrtpassage, Tempelbalkon, Schrein des Glanzes. Wo zur Hölle muss ich hin? Ah, die besitzen keinen Eintrag ins Quest-Lockboot. Das ist Schmutz. Sehr großer Schmutz. Totalplattform befindet sich am östlichen Ende des vergessenen Tals nahe des Aufstiegs. Totalplattform befindet sich am östlichen Ende des vergessenen Tals nahe des Aufstiegs. Was für ein Aufstieg? Alter. Zurück zum Eingang. Vor allen Dingen, ich weiß, dass es alles unnötig ist, ne? Es ist halt alles turbo unnötig, weil wir die Quest schon haben, nur sie nicht eingetragen wird. So, ich bin jetzt hier. So, ich bin jetzt hier. Weit in den Osten wie möglich. Ich glaube, wir brechen das gleich hier ab. Das ist hier der Aufstieg, oder? Weit in den Osten wie möglich. Weit in den Osten wie möglich. Weit in den Osten wie möglich. viel zu blöd. Das heißt, wahrscheinlich stimmt die Vicky hier wieder nicht, weil ich vertraue der mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das heißt, wenn man alle, sobald man Einzelbücher öffnet, sich eine Quest, in der man mit über Bücher reden kann, haben wir also schon. Keine Ahnung, ich check's halt ich blick durch diese Wegfindung nicht durch. Diese Quest-Beschreibung ist so dermaßen schlecht. Portalplattform. Ja, hübsches Bild. Ich weiß trotzdem nicht, wo das ist. Ich finde Band 2 und Band 3 von den alten fallen wir schon beim Portal zur Aussichtspunkte des vergessenen Tals. Das ist doch mal eine Aussage. Kommentar von einem User. Oh, hoppla. Das ist doch mal eine Aussage, die hilft. Warum schreibt man das nicht in die Vicky rein? Ich reise jetzt einfach wie blöd hier rum, bis ich den Wegpunkt dafür habe. Ich weiß nicht, warum wir den jetzt hier wieder nicht finden. Habt man doch gerade eben Tempelbalkon in der Vision. Weiß nicht, warum wir den jetzt nicht finden. Wir hatten gerade eben eine schnelle Reise zum Aussagepunkt des vergessenen Tals. Ja, den haben wir jetzt nicht mehr. Was zur Hölle? Es ist zu spät. Es ist definitiv zu spät. Es ist definitiv zu spät. Hallo? Das hier bringt nichts mehr. Es ist zu spät. Ich werde hier nur noch Bullshit veranstalten. Wie komme ich hier dahin, wo ich gerade eben war? Entweder hier weiter oder irgendwo am Westen. Der Fallschaden. Aua. Was habe ich gerade gesagt? Wieso tust du mich scheiß dir eigentlich noch an? Lebt wohl, mein Freund. Möge Auriels Glanz euer Herz mit... Das hier ist beim See. Gehen wir hier hin. Habe ich jetzt den Richtchen? Schreien der Leere, Schreien der Vision ist Schwachsinn. Das ist eine Tür. Schreien des Glanz, das ist Bullshit. Tempelbalkon will keiner hin. Ah ja, da ist der See. So. Total zum Aussichtspunkt des vergessenen Tals. Da hat mir doch gerade eben ein Portal hin. Warum finde ich das jetzt nicht mehr? Das ist aber geil aus dem Latron. Ich versuche nur, dieses Scheiß Dings zu finden. Dieses Rotz-Portal. Warum gibt es dazu kein Wiki-Artikel? Rechts am Ende des Wasserfalls, welcher ins Tal führt, findet sich eine Truhe und neben dieser Truhe finden wir zwei von den alten Falmerbüchern. Rechts am Ende des Wasserfalls. Es gibt 500 Wasserfälle. Wer da? Oben ist eine Aussichtsplattform. So ist das nicht. Aber der gehört auch zum Tempel, oder nicht? Also es hält dann wieder Tempelbalkon. Ich meine, hier ist irgendwas kaputt. Ja, aber... Pff. Hilft mir jetzt halt auch nicht besonderlich weiter, dass das hier kaputt ist. Ich check das hier alles nicht mehr. Es ist auch ehrlich gesagt zu doof. Ich kann ihm mal dieses Scheiß-Buch bringen. Mal gucken, was er dann sagt. Aber ich bin ehrlich, ich müsste das gerade ein bisschen zu doof, hier rumzugucken und nicht... nicht mal zu wissen, was ich tue. Ich stehe halt echt auf dem Schlauch. Ich check's halt überhaupt nicht. Hey, Quatsch, hier wohl schlagen. Ah ja, das Treppenhaus, was nicht so wirklich Sinn ergibt. Moin, Chef. Hier. Hier. Hast du die Bücher jetzt zu verkaufen? Haufen. Ja. Cool. Ich bin endlich mal die Schriftraube losgeworden. Ich danke euch. Bitte nehmt dies. Nein. Habe ich nie angeklickt. Versetzung? Wir konnten den letzten Text entschlüsseln, den ihr uns brachtet. Ich hielt es für das Mindeste, dieses Wissen an euch weiterzugeben. Ich habe das Erkenntnis zur Föderung 3 hinzugeben. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Das dritte oder das erste Band, was wir gerade eben gefunden haben? Ohne war Band 1, ja. Ja. noch Band 2 finden. Da findet es im vergessene Teil. Dazu muss man zum Landstück Sockel. Aber was denn für und das Marktlandstück einsetzen? Ja, das Marktlandstück, das habe ich safe zu Hause. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich hier rauskomme. Der Elemente könnte gut sein. Band. Ich gehe jetzt mal nach Hause und hole mir das Breitglanzstück. Ich habe irgendwas davon zu... Ich habe auch nur eins davon zu Hause liegen jetzt mal. Das wundere mich ein bisschen. Da steht halt auch einfach so selbstverständlich drin. Dazu muss man zum Landstück Sockel reisen. Ja, wo? Da ist das Marktland. Neh mich mit. Mal gucken, was es mir bringen wird. Wahrscheinlich Zero. Quatsch. Schrein des Glanzes. Tempelbalkon. Ich weiß mal, da wollen wir bestimmt nicht hin. War am See. Schrein der Leere war davor. Was war gerade zum Schrein des Glanzes? Ich weiß halt auch nicht, wie die Schreine heißen bei denen ich gerade bin. So, das ist halt das Problem. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder nach Hause komme, theoretisch. In der Vision? Warte Ahnung. Das sieht aus wie das letzte. Vor der dicken Base. Ja. sich irgendwo hier in eine der Hütten, wo man wo man eins der Bücher noch finden sollte. Scheint ja nicht. Möge auch Glanz euer Herz euer Herz mit Wonne erfüllen. Und nicht. In die Hüt rein muss ich bestimmt nicht. Ich finde diesen verschissenen ganz Stück Sockel halt einfach nicht. Das hier sind doch Portalplattformen, oder nicht? Ich denke, ich denke, ich bin hier in der Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, das macht mich halt komplett fettig, ey. Dass das so eine schlechte Beschreibung ist. Mach's jetzt wie in Lego Star Wars. Ich probiere das Video dazu an. Unknown Book Locations. Aber eins haben wir ja gefunden. Alter, what the fuck, Bruder. Ja, Qualität. Hier wird nicht, okay. Hier ist es, oder? Oh, mein Freund. Direkt am Anfang geht eine Treppe hoch. Boah, ich bin hier, by the way, komplett falsch. So, wir müssen wieder... Äh, nee, da sterben wir durch Fallschaden. Eines Ganzes waren wir gerade. Ich glaube, hier müssen wir... Äh, nee. Aber das sieht der See. Wozu kommen wir hier hin müssen? Wir dürfen nicht zum See. Wir sind nicht beim See. Wir sind da, wo ich hin will, glaube ich. Ja, da oben ist der See. Ja, du, du bist jetzt einmal da durchgegangen. Okay, ich weiß, wohin läuft der, läuft zu dem Wasserfall da hinten. Ah, da hoch wahrscheinlich. Ach, bloß, wir sind gleich beim See hinten. Boah. Wundern tut es mich nicht, wenn wir jetzt hier hoch rennen. Wir sind beim See oben, Lul. Okay, da biegt der nach rechts ab. Alter, was ist denn das für ein Weg, bitte? Ich bin schon zu weit gerannt, zum Beispiel. Wir müssen hier nach... Ah, guck mal, hinten ist ein Schneeknecht. Hier ist nämlich dieses Dingsbums. Glanzstücksockelportal. Da werde ich ja nie hingefunden. Ohne Witz. Oh, der macht gar nicht die Damage. Hätte ich ja niemals im Leben hingefunden, also... Never. Du hast das Sampir gelandet, das habe ich sogar noch nie gefunden. Wie kann ich denn die Quests abschließen, frage ich mich. Keine Ahnung. So, ich gucke jetzt trotzdem weiter das Video. Ich denke mal, ich muss das Ding hier aktivieren. Ah, da muss ich auswählen, welchen ich möchte. Und dann aktiviere ich den Smaragdun. Okay. Den Smaragdun. Ich kann aktivieren. Kriege ich den wieder? Oder nicht, okay. So, zum Ausziehspunkt des Vergessenes. Das hier habe ich nie gemacht, by the way. Hallo, jetzt sind wir hier oben. Okay, krass. War das nicht dahinter, meine ich? Lag das nicht dahinter? Kann dahinter nicht liegen. Ich gucke mal gerade erst mal so weiter. Bittellose Bücher. Band 2. Und dieses Buch befindet sich in einer Truhe. Okay, also hier irgendwo muss eine Truhe rumstehen. Wann hier durch? Nein. Also das war ja so, also da hätte ich ja niemals den Weg vermutet, ne? Ich sage es, wie es ist. Also no chance oder komplette Lösung wäre ich da nicht hingekommen. Abgesehen davon ist hier keine verschissene Truhe. Deswegen geht es natürlich noch ein bisschen weiter hier unten. Oh, dass jetzt noch weiter da unten noch eine Truhe kommt, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich wollte es so finden, es lässt mich das nicht so finden. Wir gucken mal ins Video. Ich gucke weiter ins Video. Als ob man da noch so... Ey, Alter, komm, das ist doch Verarscherei. Man muss sich in dieser Questreihe so hier weit durch die Gegend glitschen. Ich muss jetzt hier drüber springen. Hier einmal außen rum. Und dann ist es da in der Truhe. Das ist doch Schiebung. Ich nehme alles mit, was ich hier finde, bin ich ehrlich. Weil hierhin werde ich nie wieder kommen. So, wir haben Buch 2. Was ist mit Buch 3? Wir sehen uns in der letzten Hütte des Falmerdorfes, kurz vor der Gletscherspalte. War ich gerade eben? Mehrfach? Ich gebe dir keinenード обрат. 1. Was ist mitdr' casts? believes ist ja wir für einen Körperk expect. Bis für jemanden bis zum Heilchen drain. Ah ja, guck mal. Okay, wir müssen wieder genau dahin, wo wir schon waren. Dann hat mir das aber auch safe schon gelootet. Wie komme ich jetzt schnell dahin? Da gab's. Oh, die hier ist markiert, okay. War das hier, oder? Schreien des Glanzes müsste das gewesen sein. Wie komme ich hier raus? Ich finde den echten Ausgang nicht da. Nee. Hier sind wir auf der falschen Seite. Deine Vision ist ganz am Anfang. Keine Ahnung, wo das ist. Spaß auf der Passage, wir müssen auf gar keinen Fall hin. Hast du kein Schreien? Eines Entschlusses. Hab's doch ein Schreien, klar. Hier, hier fing das doch an. Ja. Okay. Und das war? Da ist ein Aufstieg. Ah. Du hast auf mich geschossen. Das war das gerade, glaube ich. So, Feierabend. Wir müssen hier eigentlich einfach nur die Häuser durchsuchen. Da können wir ja noch ein bisschen Luft mitnehmen. Das kann doch auch sein, dass wir dich hier schon haben. Das war, das ist dann die erste, zu der man sich nicht irgendwie komisch hinglitschen muss. Dass man halt auch so über einen normalen Weg jeder Otto-Normalverbraucher finden kann. Und da wir ja schon mal... Wir müssen ja eins haben. Weil wir haben die Quests ja schon mal getriggert. Deswegen können wir ihm ja auch welche abgeben. Der Winterfeste. Deswegen, die Quest hierfür müssen wir haben. Äh, bis nur eins von den Büchern müssen wir haben, weil wir ja die Quest haben. Ich darf auf jeden Fall anschein... Okay, den da kann ich einfach nicht... Gut. Zieht auf einem der Tische drauf in den Falmerhütten. So, ein bisschen aufpassen mit dem Daschen. Könnte ich hier oben mal schnell in die Hose gehen. Das ist aber auch keine sonderlich große Hütte, sondern eher eine etwas kleinere Hütte. Und ich glaube, es ist die Hütte da hinten. Oh nee, die war manchmal in den Berghang. Direkt an den Hang. Nee, da ist auch kein Tisch drin. Aber ich sollte mir tatsächlich das Video angucken, weil da muss man sich wahrscheinlich... Oh nee, hinglitschen geht eigentlich nicht. Es ist eigentlich mit einem Weg verbunden. Bitte ist deutlich weiter in Richtung Gletscherspalte. Die Frage ist, in welcher Richtung war die Gletscherspalte? Bin ich von hier hinten gekommen? Ich glaube schon, da müssen wir lang. Und das hat so eine Mammut-Gingspumpe. Da hinten sieht aus, wäre da die Gletscherspalte. Fortkab und so. Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich nehme ganz gerne den Loot mit. Bisschen Ascherhaufen. Okay. Ah, wahrscheinlich, wenn da... In der Falle mal da jemand anderes... Verzaubert hat. Ja, also hier ist auf jeden Fall die Gletscherspalte. Ja. So, der Loot in dem Video geht dann hier hoch. Gehe jetzt genau dem seinen Weg lang. Ich lasse das Video nebenbei laufen. Moment mal, geht der hier hoch? Ja, klar. So, wir gehen... Wir sind jetzt genau auf einer Höhe. Der läuft halt nicht mehr. Der geht halt so müdlich, wie ich gerade gehe, ne? Läuft da ein bisschen. Die Brücke drüber. Und da drin. Ja, da ist es. Band 3. Diese Hütte hab ich ums Verrecken nicht gefunden, ne? Es ist so doof. Es ist so simpel eigentlich. Ich hab sie ums... Das ist aber auch... Na gut, doch. Die letzte Hütte ist es. Stimmt. Aber nix mit irgendwo hochgehen oder so. Also... Kompletter Bullshit. So, okay. Ich weiß, wo wir für die vierte hin müssen, anscheinend. Und zwar war das... Der hier, durch die GTR zumindest in dem Video. Hier geht's zurück. Da war vorgespult. Der ist ultra fest. Der hier geht's. Stopp, wieder Pause. Jetzt muss ich fighten. Wieso macht er das wieder nicht auf Pause? Das ist wieder nicht pausiert und ich sterbe gerade. Ach du Scheiße, das hilft mir alles nicht. Ich hoffe, ich hab Heiltränke dabei. Sonst hab ich jetzt ein Gigaproblem schon wieder. Ja, hab ich. Aber wie viele? So, erst mal Vollheilen. Ist das nervig, wenn man so kein Damage macht, ey. Ich tanke aber auch deutlich weniger irgendwie. Hab ich das Gefühl. Ja, der Skill ist noch zurückgesetzt. Bevor wir Level 60 sind, ey. Ah! Ah! Geht's runter? Da möchte ich ganz gerne das Ziegenbein mitnehmen. Ich gehe einfach mal hier weiter. Oh nein, ich bin der Traberwixter. Wir machen in der Regel ultra viel Damage. Das Video ist mittlerweile zu Ende gelaufen. Ich drücke Pause und es passiert nichts. Hier hoch. An der Hood vorbei. An der Hood vorbei. Ich musste wieder nur zwei Meter rennen. Ich bin wieder viel zu weit gerannt. Ich komme von da hinten, oder? Von wo komme ich? Kommen wir von hier? Ne, wir kommen von der anderen Seite, oder? Ich kann nicht reisen wegen Gegnern. Oh nein, hier ist eine Sackgasse. Ich bin schon wieder viel zu weit gelaufen. Ich bin einfach daran vorbeigerannt, anscheinend. Wo ich jedes Haus bis jetzt gecheckt habe auf dem Weg. Ja, von hier sind wir gekommen. So, hoch, hoch, vorbei, vorbei, da. Okay, hier liegt nichts. Also, das hatten wir schon. Ja, das liegt auf dem Tisch rechts. Das hatten wir also schon. Okay, dann war das das, was wir schon hatten. Ja, Mensch, da kann ich hier natürlich lange rumrennen, ne? Nehmen wir mal, so haben wir alle. Hört sich das richtig auf. Welche habe ich jetzt gerade dabei? Aber Zaubertränke, nix natürlich. Zwei und drei. Eins haben wir gerade eben abgegeben. Und vier hatten wir anscheinend schon. Gut. Einfach aus Prinzip sich auch mal angucken. Wer uns mal gesehen hat. So, perfekt. Jetzt gehen wir die Dinger abgeben. Darf ich schnell reisen? Ja, darf ich. Vielleicht ist dann auch die Nebenquests mal weg, tatsächlich. Und dann gibt es ja keine mehr von den Fallmobileschern, die ich ihm geben kann. Oh, nee Quatsch. Ich muss drückend links rein. Komplett sinnlose Treppenhaus. Normalerweise müsste ich jetzt wieder genau da auskommen, wo ich gerade eben war. Aber ne, wir kommen in noch ein Treppenhaus. Und so weit oben geht diese Treppe. Also das ist... So unlogisch sehe ich gerade. Da ist ne Tür und die müsste dann auf der Höhe da sein. Also die Winterfeste macht nicht besonders viel Sinn. Ei. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Wollt das Halme hoch? Ja. Ich mach euch einen Vorschlag. Hier, bitte. Okay. Ah, ich hab einen Tagebuchbuch. Ah, der hat beide Bücher halt entfernt. Das mag ja hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Tagebuch von... Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Kann ich mir auch keins mehr anbieten. Bis zum... Nächsten Mal. So, welche Bücher hatte ich jetzt noch nicht gelesen? Gehörten die... Ja, die Tagebücher, die gehörten dazu, ne? Das waren die dann. Au. Noch kurz an. Ja, klar, so wie die aussehen sind, dass die... Nächste, die auf einmal sehr viel weniger wert sind. Sehr schön. Es interessiert mich nicht, ob ihr es selbst geschrieben habt. Wenn ihr ein Buch wollt... Hat das jetzt die Quest beendet oder existiert die Quest immer noch? Ach ne, jetzt hat die Quest beendet. Gut. Schön, dass ich... Keine Benachrichtigung bekommen habe. Ja, okay. Also gut. Noch kein Schlüssel für die Bücherregale gibt, ne? Ein dabei oder so. Hat eine Schriftrollen der Alten jetzt hier drin, in der Vitrine. Cool. Er wollte aber nur die eine haben, ne? Die andere will er nicht. Die anderen sind irrelevant. Vielleicht bleiben wir... Vielleicht bleiben wir... Vielleicht bleiben wir... Die... Was? Was? Hier ist doch meine Hood, glaube ich, ne? Ach, guck, ich hier noch Zeug rumfliegen habe. So, meine Güte, ey. Ja, ich hake das jetzt als fertig ab, ne? Keine Ahnung, aber... Damit sind wir mit der Dämmerwacht durch. Und die uralten Fallen mal verlernten. Ist meiner Meinung nach auch keine Dämmerwacht-Quest. Dann eine Dämmerwacht-Quest. Dann eine Dämmerwacht-Quest hier. Das ist eine Dämmerwacht-Quest. Das ist für mich keine Dämmerwacht-Quest. Das ist für mich eine Winterfesten-Quest, aber okay. Hey, Hauptsache wir haben die scheiß Dämmerwacht abgeschlossen. Anscheinend so halbwegs offiziell. Gott sei Dank. Also wir haben noch Vampir-Quests, wofür wir einen Spielstand brauchen. Wir haben noch Quests in Solzheim. Wir haben eigentlich noch drei Sturm-Mantel-Quests. Keine Ahnung, wo die hin sind. Wir haben eigentlich noch ein paar Quests offen. Klar, Akademie für Winterfeste machen wir da beim nächsten Mal. Da werde ich aber auch nicht sonderlich viel zaubern, weil das macht halt einfach keinen Damage. Ja, also hauptsächlich haben wir noch Kaiserliche Legion. Klar, die Kaiserlichen Run statt Sturm-Mantel Run. Da brauche ich aber auch ein Safe-Game für. So, und das war's. Und halt die Sachen, die wir aktuell nicht machen können. Die Vielen Dank.